Stream. Läuft. Aufnahme. Läuft hoffentlich aus. Mensch, du hast das Zeug doch. Eigentlich muss ich das fragen. Das ist jedes Mal das Gleiche. IRC. Das läuft auf jeden Fall. Ja, also diverse Nachfolger von IRC laufen auf diversen Instanzen bei uns. Tee und oder Kaffee. Der Tee ist warm. Er ist in der ISO-Kanne in dem Fall. Ist so kalt bei dir in Berlin, dass du dein Tee in der ISO-Kanne tun musst. Ja, so ungefähr. Nee. Einfach bloß damit er nicht Raumtemperatur hat. Das soll ja schon warm sein. Okay. Und der Couch-Gig? Streng geheim. Twelve. Eleven. Ten. Nine. Ignition-Sequenz start. Six. Five. Four. Three. Two. One. Zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Countdown-Podcast Folge 49. Ich begrüße bei mir Frank. Hallo Frank. Hallo Christopher. Und du trinkst manchmal auch Kaffee? Ja, ich trinke manchmal auch Kaffee. Ich hatte mir jetzt auch tatsächlich gerade überlegt, ob ich mal einen durchlaufen lasse, aber da muss ich irgendwie Kaffee-Maschine anmachen und das ist mir alles zu anstrengend jetzt. Ja. Ja, deswegen mache ich immer nur Tee. Da braucht man bloß einen Wasserkocher und einen Teebeutel. Und irgendein Behältnis wäre nicht verkehrt. Ja, wenn man, wenn man, aber wenn man Tee richtig macht, dann gehört auch noch ein bisschen mehr dazu mit so, äh, Kanne vorwerben und Tee ab, ab sieben. Ähm, ja, du kannst natürlich das, äh, dir, dir so ein Set holen für die chinesische Tee-Zeremonie. Es gibt dann auch noch die, die ganz paranoide japanische Variante, aber, äh, die, die chinesische ist eigentlich auch schon nicht schlecht. Ja. Da geht's dann tatsächlich darum, dass man, äh, bevor man anfängt, den Tee zu trinken, äh, die, die Tassen und die Kannen und so weiter, dass man die alle vorgewärmt hat. Ja, also, dann machen das nicht, äh, also, Printen machen das doch aus, also erst mal Wasser heiß machen und dann irgendwie die Kanne mit ausschwenken. Ja, aber das, das geht dann halt, äh, in verschiedenen, in verschiedenen Eskalationsstufen. Ja. Äh, vom Ritualcharakter her. Apropos verschiedene Eskalationsstufen, äh, wir haben jetzt auch YouTube. Ähm, also nicht komplett YouTube, uns hat ein Kanal dann doch gereicht, ähm, aber, ähm, Leute, die ja selber vielleicht Podcast produzieren, haben mal mitbekommen, dass Auphonic jetzt, ähm, es anbietet, dass man sogenannte Wave-Form-Videos rendern kann. Also, dann hat man quasi ein Foto von einem Podcast und, ähm, darüber dann so eine Art, kennt man vielleicht noch von, äh, äh, wie nennt das, wie war das früher hier, äh, Winamp? So Visualisierungen, äh. Ja, genau, Winamp. Das war aber auch ein Windows-Media-Player. Genau, ähm, und, äh, damit man halt sieht, dass der Audio spielt und dass man halt irgendwie was, was hat, was sich auch visuell bewegt, ist halt für uns kein großer Aufwand, das einfach nochmal als YouTube-Video rauszurendern und vielleicht, ähm, erreichen wir dann damit nochmal ein anderes Audience, äh, an Hörerinnen, äh, die dann über YouTube reinkommen. Also schaut mal beim YouTube-Kanal vorbei, abonniert den vielleicht, auch wenn ihr uns nicht hört, aber so ein bisschen, um uns zu pushen, damit wir nicht so mickrig aussehen mit nur einem Abonnenten, ähm, aber ansonsten, ich glaub, alle, die das jetzt schon hören, die werden YouTube-Kanal nicht unbedingt brauchen, ist mehr so für die Neuhörer und Neuhörerinnen natürlich auch. Zum problemlosen Verlinken, damit niemand, äh, so peinliche Sachen machen muss wie ich, äh, und, äh, sich MP3-Dateien runterladen und die dann im externen Player anhören. Für was? Wobei das natürlich manchmal auch ganz gut ist, also, äh, äh, irgendwie Hardcore-History hab ich jetzt, äh, ein sehr anschauliches, äh, Archiv. Ja, ja. Ja, mittlerweile, ähm, mittlerweile hab, wenn ich, wenn ich so Audiodateien hab, die ich jetzt nicht unbedingt als Podcast abonnieren kann, dann benutze ich da Haft dafür sehr gerne für. Also, dass man da, der kann ja dann auch Audio, die Audiosports im YouTube-Video rausrendern. Also, das ist sehr praktisch. Ja. Das hab ich auch irgendwie, also, da gibt's ja diverse, äh, Plugins und so weiter. Ja, also, das benutze ich sogar, um, um mir, irgendwie, wenn Spotify oder Deezer irgendwie ihre Podcasts machen, dann, äh, ist eigentlich ziemlich viel Aufwand, nur, um einen Podcast zu abonnieren, aber, ähm, dann, ähm, es gibt auch hier bei Google Chrome so, äh, untersuchen, wo man dann halt, äh, verschiedene Dateiströme sich anzeigen lassen kann, also, wenn was gestreamt wird. Und dann suche ich mir halt quasi die Quelldatei der Audiodatei, die dann, äh, wo dann halt dieser Podcast herkommt, und den schicke ich dann mit Haft dafür in meinen, in meinen Podcatcher, damit ich dann nicht über dieses komische Deezer oder Spotify hören muss. Aber deswegen mag ich halt diese, diese einfachen MP3-Dateien, wenn du irgendwie einfach bloß MP3-Datei-Download hast. Ja. Ich mag das einfach, ähm, ja. Genau, bieten wir ja auch an. Also, äh, wir bieten sogar in verschiedenen Versionen an. Also, ich glaub, das kann nicht, was wir alles haben, aber nicht nur MP3. Also, wir haben auch, äh, wie sich gehört, eine, genau, wir haben MP3, MP4 und Ogg, also als, äh, quelloffenes Audioformat. Jo. Ähm, wobei, quelloffen ist ja MP3 jetzt auch seit diesem Jahr. Es ist, es ist... Also, quelloffen nicht, aber, aber, äh, komplett frei. Ja, genau, frei verfügbar, aber, genau, aber es gibt ja doch irgendwie, äh, äh, Player oder, oder Sachen, die halt aus, aus noch alten dezenzrechnlichen Sachen kein MP3 abspielen können und da ist dann Ogg meistens die bessere Wahl. Und wir haben da auch, wir haben da auch, auch einige Leute, die das abonniert haben. Also, ich seh das ja immer, wie viel jeweils welche Datei runtergeladen wird und es ist nicht so, als, als wäre da Ogg irgendwie, äh, bei null, null Hörern. Also, es lohnt sich doch noch. Äh, was sich auch noch lohnt, was... Was sich auch noch lohnt, ähm, was ich jetzt festgestellt hab, war, ähm, wer das jetzt quasi normal über einen Podcatcher hört, ähm, der wird das wahrscheinlich nicht wissen. Wir bieten ja für unsere Patreon-Hörerinnen, also Leute, die uns dann so einen kleinen Obolus in den Hut werfen, äh, nochmal einen Sonderstream an, äh, der dann quasi ungeschnitten ist, unbearbeitet ist, aber dafür halt sofort nach der Aufzeichnung hochgeladen wird. Also, für die Leute, die unsere Folge, ja, so schnell wie möglich hören wollen. Und, ähm, da hab ich auch gedacht, da kam irgendwie keine Rückmeldung und da hab ich keine Abrufsstatistiken und da hab ich mal so gefragt, ja, wer hört denn das? Und dann kamen doch einige Leute, die das hören. Also, es gibt auch einige Leute, die, äh, das über unseren Patreon-Team hören, was auch schön zu wissen ist, dass das da auch gehört wird, dass sich das auch lohnt. Und, äh, das ist es durchaus. Jo, äh, was natürlich in letzter Zeit, was das Letzte war, wo ich, äh, viel runtergeladen hab, war, äh, es gibt einen Podcast, der nennt sich History of Rome. Und, äh, der beschäftigt sich genau damit. Und der hat sich halt, äh, über lange Zeit hingesetzt, jede Woche eine Ausgabe gemacht, äh, über die Geschichte von Rom und, äh, hat wirklich von der Gründung Roms angefangen bis zum Untergang des Weströmischen Reichs, irgendwie 400 und paar und 70 oder so. Oder paar und 50, weiß nicht mehr. Wann war das? Ja, fragst du. Jedenfalls in der Größenordnung. Ich kann dir sagen, war die Sowjetunion, die noch aufgehört hat, zu existieren. Das war 89. Mhm. Also, äh, nee, Blödsinn, 91, sorry. Nee, war doch nur, jetzt hab ich so damit angegeben und jetzt weiß ich, ich weiß nur, dass es, glaub ich, äh, weil, dass es der 25.12. war. Ah, ich glaub, es war 1990. Aber, ähm, ich muss jetzt hier die Reißleien ziehen, wir sind über unsere Fünf-Minuten-Marke schon weit hinaus, worauf wir unseren Smalltalk ja beschränken wollten. Äh, kommen wir mal zum, zum Feedback zur letzten Sendung. Da haben wir zum einen einen Kommentar vom Schwuppschwupp, ähm, der da schreibt, ähm, genau. Äh, er würde gern mal was über die, äh, Grundlagen von, äh, RTGs, ähm, wissen. Also, solche, ähm, Radionukleid-Nukleid-Batterien, die zum Beispiel jetzt bei Cassini oder bei New Horizons oder auch bei Curiosity eingesetzt werden. Und, ähm, das werden wir auch in dieser Folge behandeln. Da haben dann im Thementeil ein ausführliches Thema dazu. Dann hat sich der Aaron gemeldet, ähm, mit zwei Korrekturen. Einmal meinte er, dass er, dass wir mit dem Enceladus-Paper, was wir in der letzten Sendung hatten, äh, zu hart ins Gericht gegangen sind. Also, wer sich nicht erinnert, da ging's darum, dass, äh, Cassini in den Enceladus, ähm, Gasausstößen, ähm, molekularen Wasserstoff gefunden hat. Und dadurch, ähm, ja, gezeigt wird, dass es, äh, hydrothermale, ähm, ja, wie nennt man das? Geysire, äh, gibt, die halt eine gewisse Voraussetzung fürs Leben ist. So genau möchte ich das gar nicht jetzt nochmal erzählen. Auf jeden Fall meinte er, dass wir das doch irgendwie zu, also stark kritisiert hätten. Weiß nicht, Frank, willst du auch was zu sagen? Es ist halt immer eine Frage, äh, es ist manchmal eine Frage der, der gerade vorhandenen Stimmung auch bei mir. Und ich war irgendwie die letzten paar Wochen nicht übermäßig gut drauf, äh, gerade nicht allzu gut zu sprechen auf, äh, diverse Journalisten, äh, und, äh, ja, wie das halt manchmal so ist, nicht? Ja. Da ist dann, da ist dann die Zündschnur etwas kürzer als sonst. Ja. Ja, also, ich frag mich halt manchmal, ob ich, ob ich vielleicht nicht enthusiastisch genug bin für die Raumfahrt. Ähm, also, ich seh das halt immer. Ja, dass, dass immer so Leute so ganz wahnsinnig werden, wenn sie irgendwie mal, äh, Astronauten sehen, also so als, als wäre das Justin Bieber. Und auch so diese, diese ganze Mars-Generation und Mission to Mars und also solche Sachen. Ich bin, ich glaub, ich bin einfach zu zynisch dafür. Und ich glaub, das springt dann halt auf solche Sachen über. Aber ich bin da halt auch nicht viel anders. Und ja, das, das verstärkt sich dann gegenseitig etwas manchmal. Also, ich mein. Ich bin ja auch bei, bei Golem bin ich ja auch ein bisschen so die Grumpy Cat von allen. Ja, also, ich glaub, ich, 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 ich hatte eigentlich gehofft, dass wir das klar genug gemacht haben, dass wir das schon irgendwie an sich interessant finden. Nur halt, wie das verkauft wird, als, äh, da wurde Leben gefunden. Und natürlich, wenn man das jetzt ganz genau betrachtet, haben sie das nie gesagt, sondern haben gesagt, da könnte eventuell mein Leben gewesen sein, ähm, wenn's hochkommt. Und ja, aber was halt hängen bleibt ist, in der Bevölkerung ist halt, die haben da Leben gefunden oder haben Hinweise auf Leben gefunden. Und dann wird sich halt nach einer Weile gefragt, warum finden sie dann das Leben nicht, wenn sie ständig Hinweise finden? Ja, das ist halt, ist halt ein ernsthaftes Problem. Ja. Äh, was halt auch, äh, von den Medien irgendwie, äh, es wird nicht ernst genommen einfach, dass das ein Problem ist. Äh, die, die Medien, die reden zwar die ganze Zeit davon, aber sie nehmen es nicht so ernst, wie sie es nehmen würden, wenn das, was sie sagen, ernst gemeint wäre. Ja. Falls das jetzt Sinn macht. Ja, also, ich, in gewisser Weise hat der Aaron, da schon recht, dass wir vielleicht ein bisschen zu kritisch gegenüber dem Enceladus-Paper waren. Ähm, aber ich glaube, ich hoffe auch, dass Leute hier zuhören, weil sie wissen, dass wir keine Jubelperser sind und alles, auch wenn's so toll klingt, kritisch unter die Lupe nehmen. Ja, und manchmal ist es halt einfach nur, äh, ja, es ist halt einfach ein Abbild dessen, wie man's gerade aufgenommen hat und wie man darauf reagiert. Äh, wir machen ja aktuelles aus der Raumfahrt, so heißen, ähm, vieles von dem, worüber wir sprechen, ist jetzt nicht gerade gut abgehangen und schon tausendmal drüber nachgedacht und so weiter. Sondern es ist dann manchmal halt auch einfach so, die, die Reaktion, die man halt gerade darauf hat. Ja. Äh, ja, die ist halt nicht, in dem Fall, meine ich, sonderlich, äh, positiv ausgefallen. Das heißt nicht, dass ich das nicht ändern kann. Ja. Äh, das passiert ab und zu. Ich glaube, was man davon wegnehmen kann, ist, wer, wer hier zuhört, muss sich klar sein, wir sind, äh, äh, keine Jubelperser und wir, äh, äh, motivieren natürlich alle Hörerinnen und Hörer dazu, sich ihre eigene Meinung zu bilden. Und wir verlinken deswegen ja auch alles und, äh, solche, solche Abstracts, die kann man auch als Laie ganz gut lesen. Dann noch eine ganz kleine, andere Richtigstellung. Warte mal ganz, ganz kurz von mir noch, äh, weil das ist mir in letzter Zeit, äh, ist mir das nochmal untergekommen und ich hatte vor einer, vor einigen Ausgaben hatte ich mal über der Ariane 6 gesprochen, ne? Mhm. Äh, und ich glaube, die Oberstufe ist doch gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ähm, weil wahrscheinlich haben die Institutionen. Die Nutzlastberechnung einfach mit, also die, es gibt ja die Möglichkeit oder es wird angeboten, die Möglichkeit mit der Ariane 6 Rakete in höhere Orbits reinzukommen und da sinkt entsprechend die Nutzlast deutlich stärker ab als sonst und, äh, ja, der Grund dafür wird höchstwahrscheinlich sein, äh, dass die Oberstufe einfach wieder zurückgebracht wird in die Atmosphäre und deswegen, äh, die Nutzlast so stark absinkt und nicht, nicht unbedingt wegen der, wegen der hohen Leermasse. Also, ich bin mir da bei weitem nicht mehr ganz so sicher, wie ich mir damals war, dass das Ding wieder so schwer ist. Also, ähm, ja, passiert, ne? Ja. Naja, also, äh, wie gesagt, alles ist im Flux. Äh, ja, also, wie gesagt, und ich, ich ändere manchmal auch meine Meinung, manchmal einfach bloß, weil ich über irgendeinen Aspekt nicht nachgedacht habe. Passiert. Ja. Äh, wenn sich die Fakten, also nicht nur, wenn sich die Fakten ändern, ändert man die Meinung, sondern auch, wenn man irgendwie, äh, die Fakten neu einordnet, dann auch. Äh, ja. Ähm, apropos Fakten neu einordnen, äh, Aaron hatte da nochmal ein anderes Kommentar, ähm, äh, dass, äh, ja, also, wir hatten ja gesagt, das ist ungewöhnlich, dass die, so Jus, äh, mit nur zwei, zwei Astronauten, beziehungsweise Kosmonauten, zwei ISS fliegt. Und, äh, ist normalerweise immer drei Leute. Und er meinte ja, dass ein erheblicher Teil der Salyut, mir und frühen ISS-Missionen auch nur mit zwei Kosmonauten geflogen wurde. Ähm, das haben wir uns ja nochmal gemeinsam, gemeinsam angeschaut in der Redaktionskonferenz. Und, ähm, was auffällt, äh, viele dieser Zweimann-Missionen waren in den 90ern und, äh, wer sich so ein bisschen geschichtlich auskennt, weiß, da ging's der russischen, äh, Schatzkammer auch nicht sogar zu gut. Also, äh, hatten auch große Finanzprobleme. Ganz im Gegenteil. Genau. Ganz im Gegenteil. Also, da war ja der große Ausverkauf von Russland gewesen, äh, der bis heute sehr große, äh, sehr große Schleifspuren in der russischen Psyche hinterlassen hat. Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich, ich würde jetzt mal so weit gehen, so sagen, das ist das, was Putin möglich gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Ähm, genau. Und, äh, wir haben auch, ich glaube, die letzte, Zweimann-Mission, äh, wo hochgeflogen wurde, war 2003. Und das ist ja auch schon jetzt schon ein Weilchen her, dass, dass, äh, nur zwei Leute, ähm, Besatzung waren. Ich glaube, 2010 sind sie noch mal runtergeflogen, aber das war ja noch zu Zeiten, als es noch ein zweites, äh, Transportmittel gab, nämlich das Space Shuttle. Jo, aber da gab's noch andere Möglichkeiten, wieder zurückzukommen. Ja. Äh, äh, beziehungsweise hoch zu, na, wie auch immer. Hoch und runter, ja. Hoch und runter, genau. Ähm, 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 ja, und die anderen Flüge, das waren hauptsächlich die, die ersten Mir-Flüge und, äh, Sajut-Flüge. Und das war halt noch zu einer Zeit, als tatsächlich die, die alte Bauform von der Soyuz war, bevor man, äh, eine etwas größere Soyuz hatte und etwas, äh, leichtere und schmalere, äh, Raumanzüge für den Flug nach oben und nach unten. Ähm, also Druckanzüge, die halt, äh, notwendig wurden, nachdem die, die Mission, äh, Soyuz 11 zur Soyuz 7, wenn, oder welcher Station auch immer das war, äh, halt tödlich geendet ist, äh, weil einfach ein Ventil aufgegangen ist und, ja, hm, Vakuum im Raumschiff ist immer schlecht. Ja, ja, genau. Also es gibt wahrscheinlich viele Faktoren, warum man nur zwei Leute statt drei hat, wenn man drei Plätze hat. Aber ich glaube mit der Vermutung, dass das Geld in Russland, äh, in der Beziehung nicht so breit gestreut ist, wie auch bei den Amerikanern, weil sonst hätten die wahrscheinlich sich einen Sitz gekauft. Oder Europa generell zeigt schon einiges. Ja, wobei es bei den Amerikanern ja immer eher in der Frage des politischen Willens ist. Die sind da ja eher immer etwas unkoordiniert in letzter Zeit, gerade in der Raumfahrt. Die haben ja auch keine Führung. Naja, sie haben schon eine, bloß keine, die sehr effektiv ist. Ja, nee, also es gibt da keinen Head-off, also keinen Direktor der NASA. Ach so, äh, NASA, ja. Also gut, äh, ob sie eine Führung überhaupt haben, ist fraglich, aber, äh, also so eine genaue Richtung ist halt, äh, noch nicht da. Ja, und dann letztes Kommentar, nochmal vom Eike, ähm, der sich nochmal kurz zu den Sachen geäußert haben, was wir ja in der letzten Woche, äh, von Qualität hin besprochen hatten. Äh, will ich noch nicht mal ganz im Einzelnen durchgehen. Ähm, fand ich ganz nett, dass er jetzt auch, äh, Patreon geworden ist, tatsächlich, ähm, heute. Äh, und, äh, ja, also, äh, wer, wer meckert und zahlt, ist uns meistens, also sind uns natürlich alle Kritiker willkommen, solange es in einem gewissen Rahmen ist. Aber wer meckert und zahlt, ist natürlich uns am liebsten, als wer meckert und nicht zahlt. Ja, muss man mal so sagen. Kann man schwer gegen anargumentieren. Ähm, ja, und, ja, er, er schreibt gleich als erstes, oh Gott, was hab ich da angerichtet? Ja, sowas nicht gemeint. Es ist etwas, äh, ausgeufert, die, die, unsere Reaktion darauf, äh, was soll man sagen? Ja. Ja, es war etwas, etwas mehr als, also, die, die, die Reaktion war größer als der Anlass. Das kann man, glaube ich, festhalten. Ja. Aber ich hoffe, das Gespräch war trotzdem interessant. Ich fand's, ich fand's nochmal zum Nachhören. Äh, im Schnitt hab ich auch nochmal sehr interessiert zugehört, weil ich hab ja diese, diese Krankheit, die sich Podcast-Amnesie nennt, sobald die Aufnahme zu Ende ist, weiß ich nicht mal, was ich gesagt hab. Von dem her war es nochmal ganz spannend, das nachzuhören. Äh, ja, also, es ist immer wieder ganz witzig. Also, man, man fragt sich auch manchmal, gerade wenn es länger her ist, äh, fragt sich, fragt man sich echt, was, das hab ich tatsächlich so gesagt, oder, äh, ja. Ja. Und ich hab, vielleicht noch hat man's gehört, ich hab jetzt nochmal, äh, diese, diese, die letzte Folge mehr Zeit investiert, um zu schneiden. Also, wirklich auch, äh, also, wir hatten uns ja schon mal irgendwie Marker gesetzt, wenn wir gemerkt haben, hier fangen wir an zu recherchieren. Das hab ich dann schon mal rausgeschnitten. Aber ich hab auch nochmal, ähm, einfach die ganze Folge ein bisschen gestrafft. Ich weiß nicht, ob man das, äh, so hört, wenn man's nicht weiß. Ist immer so die Frage. Aber anscheinend hat's Eike gefallen von dem her. Es sollte alles in Ordnung sein jetzt. Gut, kommen wir zu den Themen. Und da ist das erste Thema. Kommen wir auch noch. Wir haben hier einen Podcast, hab ich gehört. Ja, äh, wir machen das nicht nur zum Spaß. Also, schon auch. Okay, also den, Moment, wie, wie oft hab ich diesen Witz jetzt gebracht? Äh, zählt jemand mit? Diese Folge nur einmal. Ähm, ja, Cassini, Cassini-Huygens, um genau zu sein, eine Mission, die jetzt seit, äh, genau 20 Jahren, äh, unterwegs ist, seit 13 Jahren, ähm, ihre Mission verrichtet und, äh, im September damit aufhört. Äh, äh, und ist jetzt in, in den letzten großen Teil dieser Mission eingeschwungen, in den Orbit eingeschwungen. Also, für die Leute, die die letzten 20 Jahre unter einem orbitalen Stein gewohnt haben, ähm, Cassini-Huygens ist, äh, eine Mission, äh, in Kooperation der ESA und der NASA. Also, Cassini ist die NASA-Seite, äh, größtenteils, also kann man nicht so genau abgrenzen, und Heugens war die, glaub ich, ESA-Seite. Sag ich was Falsches, oder? Äh, nö, nö. Schon richtig. Also, Huygens war, glaub ich, der, der Lander von der ESA. Genau, genau, ähm, und, äh, ich glaub, ich glaub, man kann sich so genau sagen, weil wahrscheinlich die ESA auch so ein paar die Finger bei Cassini, äh, im Spiel hatte, wenn's an Instrumente geht und solche Sachen, deswegen kann man's vielleicht nicht mehr so genau trennen, wer was gemacht hat. Naja, auf jeden Fall, ähm, Cassini, äh, geht der Treibstoff aus, und deswegen hat man sich dazu entschlossen, in Übereinstimmung mit den Planetary Protection Rules, ähm, 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 glaub ich, ähm, 25. Ähm, 25. September, ähm, Cassini, ähm, geplant, auf Saturn einschlagen zu lassen, beziehungsweise in dessen Atmosphäre verglühen zu lassen. Und, ähm, die letzten, ähm, Orbits um den Saturn macht man jetzt, äh, ja, etwas gewagter, weil man ja nicht mal der Angst haben muss, die Sonde zu verlieren. Und man fliegt jetzt durch die Lücke zwischen den Saturnringen und Saturn selber. Also, ähm, so nah wie noch nie ein anderes Raumschiff an Saturn vorbeigeflogen ist, in einer Höhe von etwa 3000 Kilometern über, ja, der Wolkendecke von Saturn. Ist jetzt nicht das Spektakulärste, was man hätte tun können. Wieso? Man hätte ja auch, naja, man hätte ja auch durch eine der Lücken im Ring, äh, durchfliegen können. Haben sie das noch nicht gemacht? Also, nee, das noch nicht. Okay. Soweit ich weiß. Ja, aber ich glaube, ich glaube, ich bin nicht immer außenrum. Das fragst du jetzt, hab ich jetzt nicht nachgeschaut, aber, ähm, ich glaube, es war halt das Augenmerk, dass man halt nochmal so nah wie möglich an Saturn rankommt. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und, ähm, ja, also, äh, so in etwa jede Woche wird, äh, Cassini jetzt einmal durch den, durch die Ring, Ring, äh, Lücke Ring Gap tauchen. Ähm, was darauf hinausläuft, dass es jetzt 22 Vorbeiflüge geben wird, von denen schon zwei gemacht wurden. Ähm, und beim ersten Mal hatten wir was Interessantes festgestellt, nämlich, und da habe ich jetzt ein kleines Audiobeispiel vorbereitet, dass die Ringlücke weniger mit Staub besetzt ist, also saubere ist sozusagen, als vorher angenommen. Ähm, und das kann man nämlich dadurch feststellen, ähm, die richten das, äh, Cassini-Raumschiff so aus, äh, dass es wie eine Art, äh, ja, dass diese große High-Gain-Antenna wie eine Art, äh, Schutzschild wirkt, ähm, um das restliche Raumschiff vor Mikrometroiten abzuschirmen. Und wenn die darauf, äh, draufprasseln, dann kann man das elektromagnetisch aufzeichnen. Und, genau, und es gibt jetzt eine Aufzeichnung, die spiele ich jetzt mal zum, zum Vergleich vor, die gemacht wurde, als Cassini im Dezember durch den Janus, äh, Epitemus-Ring geflogen ist, ähm, was ein äußerer Ring war. Und das hört sich dann so an. Genau, also hört sich so ein bisschen wie Regen an. Und diese, diese kleine Knackser sind halt wirklich so kleine Staubkörnchen, die halt auf diese Messoberfläche, wo ich nicht genau weiß, was das ist, ähm, auftreffen. Und so hört sich das an, wenn sie durch diese Ringlücke fliegen. Also man hört schon, dass es wesentlich leiser ist, wesentlich fein, gliedriger, also mehr so ein Rauschen als so ein Prasseln. Und man hört auch dieses Quietschen, was, äh, ja, verschiedene Strahlungswellen oder geladene Teilchen sind. Und das hat man vorher gar nicht so angenommen, dass, dass diese, diese, diese Lücke zwischen Saturn und den Ring selber, äh, so frei von Staub ist. Ja, was ich, äh, was ich vorhin meinte, äh, es gibt ja diverse, diverse Lücken, wie die Cassini-Lücke in den, in den Saturn-Ringen. Und da hätte man natürlich auch durchfliegen können. Ja. Das ist allerdings sehr, sehr knapp, weil die sind sehr, sehr eng. Du musst, äh, du musst auch so nachdenken, sie wollen ja, dass Cassini dann halt, äh, irgendwann am Saturn einschlägt. Ja, ja, klar. Ich sag ja nur, äh, es, es hätte noch gewagtere Manöver gegeben. Ja, gut. Ja, also ich glaub, die haben sich da schon genau überlegt, was sie machen. Ja, also das wäre schon, äh, es wäre sehr, sehr wachhaltig, sehr wachhaltig gewesen, das zu machen. Ja. Also das war so die erste interessante Entdeckung, die man gemacht hat, dass, äh, und das hab ich ja so angekündigt, dass der Saturn auch zwischen seinen Ringen Staub sorgt. Und dass man das, dass zum Beispiel die Außenseite der Ringe viel staubiger ist als die Innenseite. Also wenn man außen in den Ringen vorbeifliegt, dann trifft man auch viel mehr Staub als, ähm, auf der Innenseite, was ich auch so ein bisschen verstehen kann. Äh, ich weiß gar nicht, also diese Ringlücken, die werden ja dadurch freigehalten, dass da so kleine, äh, äh, Schäfermonde durchfliegen, oder? Ja. Genau, und ich denke mal, alles, was halt von Saturn wegfliegt, also direkt vom Saturn wegfliegt, oder, also wird halt nach, irgendwann in diesen Ringen eingefangen. Und deswegen sind halt die Lücken ziemlich sauber. Ja, ich weiß nicht, ob es da noch ein paar andere gibt, äh, paar andere Gründe für. Ja, wahrscheinlich schon. Also jetzt ist meine erste Leidung auf der Erklärung. Ich kenne mich da in der Dynamik jetzt auch nicht so, so gut aus, äh, nee, ich weiß gar nicht, warum, warum die, äh, warum die Ringe dann, äh, in der Nähe vom Saturn aufhören. Äh, klar, irgendwie ganz drin, äh, ist es dann die Frage der Atmosphäre. Aber, äh, darüber weiß ich nicht, wieso da kein Staub ist. Keine Ahnung. Ja, vielleicht, weil es halt irgendwann entweder nach außen driftet oder nach innen driftet. Ja, keine Ahnung, äh, muss ich mir das mal anschauen. Wenn es nach außen driftet, wird es halt irgendwann von den Ringen aufgenommen. Und wenn es nach innen driftet, fliegt es halt irgendwann auf den Saturn. Ich, ja, ja, klar, aber, äh, warum, warum da so ein großer Abstand ist, ist das die Frage. Ähm, ja, muss ich mir irgendwann mal angucken. Ja. Ich hab keine Ahnung. Was man jetzt auch, also man hat jetzt auch genauere Aufnahmen dieses hexagonalen Wirbels am, am, ähm, war es am Pol? Ja. Ja, ja, klar. Genau, also der auch von den Forschern der Bauchnabel von Saturn genannt wird. Also man kann da jetzt genauer reinschauen und, äh, natürlich irgendwie Fotoaufnahmen. Es wird es auch die nächsten Wochen immer wieder Fotos von, ähm, diesen Durchflügen geben. Und irgendwann nach 22 Flügen, also nicht irgendwann, sondern ziemlich genau nach 22 Flügen, ähm, Durchflügen, wird dann Saturn, äh, Cassini verbrennen, äh, im Saturn. Und dann ist diese Mission auch vorbei. Hat viel gebracht, auf jeden Fall. Ja. Ist natürlich uralte Technik, die da jetzt so fliegt, zumindest was die Elektronik und so weiter angeht. Ja. Weil, wie gesagt, wann warst du gestartet? 97? Ja, 97. Und da, ähm, wahrscheinlich schon älter in Entwicklung. Ja, ja, klar. Äh, und, also, man, man muss davon ausgehen, dass die Elektronik, äh, schon halbwegs abgehangen war, als die angefangen haben, das zu planen. Also. Ja, genau. Die werden wahrscheinlich mit 80er-Jahre-Technik unterwegs sein oder irgend sowas. Ja, so wie Nugo Horizons dann wahrscheinlich auch, oder? Ich glaub, schlimmer. Ja, gut, viel schlimmer. Horizons war 2005 gestartet, oder? Ja, halt, halt deutlich später. Ja. Ja, gut, aber war dafür wesentlich länger in Planung. Ach so, naja, okay, das kann dann sein. Äh, okay, hab ich jetzt nicht, hab ich nicht. Hab ich jetzt nicht im Kopf. Nee, auf jeden Fall, äh, eine interessante Mission. Und die Frage ist halt, wann das halt, äh, wieder der Fall sein wird, dass wir so eine, äh, große und langlebige Mission haben werden. Tja, was soll ich, hm, ich schätze, sobald's die Chinesen machen. Ja, genau, das wird so sein. Aber sie sind leider nicht so, nicht so mitteilungsfreudig. Ist jetzt, äh, ist jetzt, äh, ist jetzt etwas pessimistisch, aber, naja, ich glaub, die Chinesen konzentrieren sich zurzeit erst mal auf den Mond, äh, und dann vielleicht noch Mars, ähm, als andere, keine Ahnung. Äh, vielleicht, äh, vielleicht, wer weiß, vielleicht überraschen uns die Inder, äh, denen fehlt zurzeit eine passende, äh, Rakete dafür. Muss man abwarten, also, äh, ich glaub, so Deep Space, abgesehen von, äh, Jupiter, ist, glaub ich, irgendwie gar nichts mehr in Planung. So, so Saturn, Uranus, Neptun, Pluto schon gar nicht, äh, ja, ist etwas traurig, ne? Ja, obwohl Alan Stern ja schon von, äh, von dem Lander, von der Lander-Mission nach Pluto träumt. Einzelne, also, ich will damit nicht sagen, es gäbe keine Vorschläge. Äh, ich will nur sagen, irgendwie konkrete, konkrete Planung, äh, und Finanzierung mit Budget und so weiter, wüsste ich nicht, dass da irgendwas ist. Okay. Oder ich irre mich da, kann durchaus auch sein. Ist halt wirklich schade, weil, ähm, die, die Bilder, die wir von Uranus und Neptun haben, die kommen alle noch von den Voyager-Sonden. Äh, die waren damals noch ausgestattet mit Videokon, äh, Videoröhren, also Bildröhren. Ja, und da mal irgendwie ein paar Bilder von, äh, Uranus und Neptun, äh, von, mit einfach nur moderner Technik zu bekommen und auch von den Monden, die die haben, das wäre natürlich schon toll. Äh, wenn's geht, auch mal mehr als nur ein Vorbeiflug. Aber, äh, ich glaub, da werden wir sehr lange drauf warten. Ähm, alleine schon, weil der Flug bis hin ziemlich lange dauert. Gerade wenn du, gerade wenn du sagst, du willst nicht nur vorbeifliegen, sondern willst in den Orbit reinkommen, ähm, dann darfst du natürlich nicht allzu viel Geschwindigkeitsüberschuss da hinten haben. Und das heißt, dass du relativ langsam da ranfliegst. Dauert dann also noch ein paar Jahre länger. Ja, also, ist zurzeit auch nicht geplant. Ja, nee, das auf jeden Fall nicht. Die wollen natürlich... Schön wär's natürlich trotzdem. Also... Erstmal ihren Laden überhaupt zusammenhalten. Ja, aber ich meine, äh, die ESA gibt's ja auch noch, hab ich gehört. Ähm, aber die macht ja auch nix in der Richtung. Äh, Moment, ich muss mal kurz in die Themenplanung gucken. Ah ja, da kommen wir ja hin, alles klar. Äh, ja, im Wesentlichen, weil die ESA halt nicht wirklich, äh, nicht wirklich, äh, radioisotopen Batterien benutzt. Und, beziehungsweise, es gibt so Pläne, die ab und zu mal auftauchen, dass man sagt, okay, wir, wir bauen eigene, aber nicht mit Plutonium, sondern mit Ameritium. Aber, äh, konkret ist da noch nix geworden. Ähm, einfach bloß, weil dort, äh, weil es da sehr... sehr viele politische Widerstände gibt, dass man radioisotopen Batterien benutzt. Und darum sollte es ja heute auch gehen, ne? Äh, äh, ja, also der, der Grund, warum man, warum man sowas benutzt, ist ja einfach nur, dass man, äh, weit draußen im Sonnensystem nicht mehr so viel Leistung hat wie weit da drin von der Sonne. Äh, äh... Kommst du jetzt zu dem Grundland-Thema? Jo. Genau. Solltest du mir vorher sagen, damit ich den Kapitelmerke setzen kann. Achso, das wäre hilfreich, ne? Ja. Gut, dann haben wir die jetzt gesetzt, dann kannst du das jetzt rausschneiden. Ja, mach's an. Und... Kommt zum Thema. Naja, also, wie gesagt, umso weiter draußen man ist im Sonnensystem, umso weniger Sonnenlicht kommt an. Das Ganze ist, äh, äh, fällt halt ab mit dem Quadrat des Abstandes. Ähm, kann man sich ganz leicht vorstellen, die, äh, Sonne strahlt halt ihre Sonnenstrahlung, äh, gleichmäßig in alle Richtungen des Raums, äh, durch praktisch so eine kugelförmige Oberfläche durch. Und, äh, umso weiter man weg von der Sonne ist, äh, umso größer wird dann diese kugelförmige Oberfläche. Und die Oberfläche von dieser, von dieser, äh, Kugel, äh, ja, die steigt halt mit dem Quadrat des Abstandes. Und entsprechend umso dünner und umso weniger Licht kommt an, äh, die, dass man benutzen könnte, um da Strom draus zu machen. Kann man sich ja fast schon ausrechnen. Ich glaub nicht, dass ich das jetzt hier im Stream im Kopf alles durchgerechnet kriege. Ähm, also, in Erdnähe sind so immer noch so 1,3 Kilowatt, äh, pro Quadratmeter. An reinem Sonnenlicht. Und, wie gesagt, es nimmt ab mit dem Quadrat des Abstandes. Beim Jupiter, da sind's jetzt schon, also, die, die Erde hat ja Abstand von einer astronomischen Einheit, äh, konsequenterweise. Der Jupiter hat irgendwas zwischen 5 und 6. Also, das heißt, da kommt so ungefähr nur noch ein Dreißigstel von dem, äh, Sonnenlicht an, das bei uns so ankommt. Und dann hat man entsprechend nicht mehr, äh, 1300 Watt pro Quadratmeter. Äh, sondern, na, irgendwas um die 40. Etwas mehr als 40 vielleicht. Und, äh, dann haben die Sonnen-, die Solarzellen haben alle nur eine begrenzte Effektivität. Und, äh, ja, plötzlich bringt so ein Quadratmeter dann halt nicht mehr ein paar hundert Watt, äh, sondern bloß noch 10 oder so. Und, äh, das ist dann natürlich ein Problem. Ein Problem, das man so knapp gelöst gekriegt hat. Jetzt mit Juno, äh, der, die Sonde, die jetzt, äh, glaube ich, hab ich gelesen, endgültig in dem, äh, 53 Tage Orbit bleiben wird. Hatten wir uns ja auch mal drüber unterhalten. Ja, die wird komplett, äh, von Sonnenlicht, äh, betrieben. Wenn man jetzt noch weiter raus will, und, äh, damit ich hier bloß kein Blödsinn erzähle, äh, gucke ich mal kurz, wie weit der Saturn weg ist. Ich glaube, waren irgendwas um die 20, nee, äh, Blödsinn um die 10, ja. 10 astronomische Einheiten. Also, äh, heißt, da kommt dann bloß noch ein Viertel von dem an, was beim Jupiter ankommen würde. Da merkt man schon, langsam, äh, wird das Ganze knapp, ne? Also, man kann immer nur begrenzt viel, äh, letzten Endes rausholen. Was Gewicht angeht, äh, die Solarzellen müssen nicht so sehr den Flug selbst überstehen, aber die müssen wenigstens den Flug in den, äh, in den Weltraum überstehen. Also, so heißen, die müssen irgendwie mechanisch halbwegs robust sein. Und, äh, von daher hat man da gewisse Gewichtsanforderungen, also hat man da ein gewisses Gewicht, das man automatisch hat. Kann sein, dass ich das irgendwann mal ändere. Zurzeit ist es jedenfalls nicht so. Ähm, wäre natürlich auch immer, immer, äh, etwas effektiver. Ähm, aber man kommt dort langsam, aber sicher in Regionen rein, wo man, äh, was Effizienz angeht, nicht mehr viel machen kann. Also, man, man ist jetzt so langsam an dem Punkt angelangt, wo man bloß noch leichtere Solarzellen bauen kann. Und dadurch dann halt sagen kann, okay, äh, wir können dann auch größere Solarzellen bauen. Problem, umso größer die Solarzellen sind, umso, umso größere, äh, Biegomomente und Ähnliches hat man. Also, so heißen die, die großen Solarsegel sind dann entsprechend schwieriger, ähm, zu kontrollieren. Und dann braucht man wieder mehr Masse, mehr Struktur und so weiter und so weiter. Und, äh, ja, wenn man dann noch weiter raus will, irgendwie so in 30, 40 astronomische Einheiten Abstand, was dann so, äh, Uranus, Neptun und so weiter angeht. Ja, da ist dann einfach nicht mehr genug Licht da, um noch ernsthaft, äh, Strom draus zu gewinnen. Also, Alternative, äh, irgendwie, irgendwie braucht man eine Energiequelle, die ein paar Jahre lang, äh, Strom liefern kann, um so eine Sonde zu betreiben. Wenn es geht, nicht nur ein paar Jahre, sondern eher ein paar Jahrzehnte. Das geht schlecht, indem man sagt, okay, wir, äh, packen einfach Wasserstoff und Sauerstoff in den Tank und, äh, noch eine Brennstoffzelle dazu und dann machen wir daraus, äh, Strom. Physikalisch geht das aber halt nicht über so lange Zeiträume, beziehungsweise nicht mit einem vernünftigen Massebudget. Okay, ja, was bleibt dazu übrig? Man braucht irgendwas, dass, ne, man braucht irgendeinen Energiespeicher, der eine hohe Energiedichte hat. Und da gibt es im Prinzip halt bloß einen und das ist, äh, Kernkraft an irgendeiner Art, an irgendeiner Stelle. Nur um mal so die, die Größenordnungen klarzumachen, äh, wenn man, äh, irgendwie eine chemische Reaktion hat, irgendwas verbrennt, dann kommt da Energie raus, also wenn, wenn zwei Atome irgendwie miteinander reagieren, dann kommen da Energiemengen raus von ein paar Elektronenvolt. Das ist eine sehr kleine Energiemengeneinheit, äh, die halt, äh, sehr gern dafür benutzt wird. Und, äh, wenn man so einen, äh, radioaktiven Zerfall hat, dann kommen da ganz mal eben von einem Atom sowas wie vier Millionen Megaelektronen, äh, vier Millionen Elektronenvolt raus. Und, äh, wenn man eine Kernspaltung hat, dann sind es 200 Millionen Elektronenvolt. Also, äh, äh, es ist wirklich so, dass millionenfache und, äh, teilweise das zigmillionenfache an Energie, das dabei rauskommt. Also, äh, entsprechend hat man, ist das halt eine Energiequelle, die, äh, dazu imstande ist, während halt chemische Energiequellen da wirklich ein ernsthaftes Problem haben. Also, da in irgendeiner Weise mithalten zu können, weil du hast halt einen Faktor von einer Million und mehr, äh, dazwischen. Um das Ganze möglichst einfach zu halten, macht man, baut man allerdings keine Kernreaktoren, die, ähm, Kernspaltung betreiben. Hat man schon gemacht, äh, aber benutzt man Raumsonden nicht. Stattdessen benutzt man halt Radioisotopenbatterien, soll heißen. Man nimmt irgendeinen radioaktiven Stoff, der halt, äh, zerfällt. Beim Zerfall gibt er Energie ab. Wird dadurch warm und diese Wärme benutzt man dann, um Strom herzustellen. Also, um, um Strom zu, äh, Strom herzustellen, sehr schön. Äh, um halt elektrische Energie, äh. Irgendwo ist gerade ein Physikerin gestorben. Das Ganze in elektrische Energie umzuwandeln, so, Punkt. Gibt da natürlich tausend Varianten, wie man das machen kann. Äh, die beliebteste derzeit ist der Seebeck-Effekt. Ähm, Seebeck-Effekt ist ganz einfach. Man hat, äh, eine, wenn man, Metall hat, äh, also einen Metallstab hat mit, äh, zwei unterschiedlichen Metallen, dann entsteht, wenn die eine Seite warm wird und die andere kalt wird, äh, eine Spannung zwischen den beiden Metallen, also zwischen dem heißen Ende und dem kalten Ende. Moment, du brauchst gar nicht zwei unterschiedliche, bin ich blöd. Äh, bin mir gerade nicht sicher. Naja, letzten Endes ist das Gleiche wie der Pelletier-Effekt, bloß umgekehrt. Ähm, Pelletier-Elemente kennt man vielleicht. Das sind die, wo man Spannung anlegt und, äh, ja, wird dann die eine Seite warm und die andere Seite kalt. Und Seebeck-Effekt macht genau das Umgekehrte. So heißen die eine Seite machst du warm, die andere Seite machst du kalt. Und es fließt ein Strom. Und das hat dann so sagenhafte Effizienzen von 5% oder so. 4-5%, fast in der Größenordnung. Äh, und das ist das, mit dem, äh, praktisch alle Raumsonden, die, äh, solche, solche Radioisotopen-Batterien benutzen, ähm, unterwegs sind, hat ein Problem. Äh, mit der Zeit, äh, wird dieser Seebeck-Effekt schlechter. Ähm, ja, es ärgert mich. Gerade. Äh, ich, ich glaub da, also, ich glaub, irgendwo hat, irgendwo gibt's da, äh, eine wichtige Abhängigkeit von den, von den beiden Materialien, die dort verwendet werden. Äh, definitiv. Auf jeden Fall wird der mit der Zeit schlechter. Also die, die Elemente, die da beteiligt sind, äh, äh, degradieren mit der Zeit. Und, äh, deshalb ist es auch so, wenn man sich, ähm, irgendwie technische Dokumentationen von Voyager-Sonden oder sowas anschaut, dann fällt dort der, die Energiemenge, die aus diesem Radioisotopen-Batterien rauskommt, äh, sehr viel schneller ab, als man das vermuten würde, wenn man dran denkt, dass da, dass das Material, das man da benutzt, das ist Plutonium-238, hat eine Halbwertszeit von 88 Jahren. Und, äh, wenn man sich so den, den, äh, wenn man sich die elektrische Leistung von der Batterie anschaut, dann fällt die sehr viel schneller, als mit einer Halbwertszeit von 88 Jahren. Äh, und das liegt halt tatsächlich, äh, an die, daran, dass diese, dass diese Elemente, diese Thermoelemente mit der Zeit, äh, kaputt gehen. Das liegt nicht an der, nicht an der radioaktiven Strahlung, sondern einfach bloß an Wärme. Die sind halt die ganze Zeit heiß und mit der Zeit gehen die halt kaputt dabei. Und, äh, ja, deswegen verlieren die halt viel schneller an, äh, viel schneller an Leistung, als man das, äh, als man vermuten würde. Gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten, auch sowas Strom zu machen. Und, äh, ja, Säbig-Effekt, wie gesagt, so irgendwas um die vier, fünf Prozent Effizienz ist jetzt nicht das Allertollste. Gibt auch bessere Maschinen, um daraus, äh, um daraus Strom zu machen. Problem ist, das sind Maschinen, äh, in, äh, in vielen Fällen, äh, also beispielsweise kann man halt einen Sterling-Motor nehmen, was ja, äh, wer war es in den Kommentaren? Und der auch das Kunden-Thema wollte, der Schwupp-Schupp. Der Schwupp-Schupp. Was der Schwupp-Schupp wollte. Das ist ein sehr schwieriger Name schon aussprechen. Ja, äh, ja, Sterling-Motor funktioniert letztendlich nicht, also vom, vom Funktionsprinzip her, äh, funktioniert das Ding genauso wie die Thermoelemente oder auch wie eine Dampfturbine. So heißt es, man hat eine warme Seite, man hat eine kalte Seite, dazwischen steht irgendwas und daraus fällt Strom raus. Und, äh, wenn du einen Sterling-Motor hast, dann, äh, wird, äh, da halt mechanische Energie erzeugt, indem man halt, äh, auf der einen Seite die Luft aufwärmt, damit, äh, der Druck steigt, der, äh, da drin ist dann irgendwo ein Kolben oder, ja, irgendwas in die Richtung, wird rübergeschoben, dadurch, dass halt die Wärme, die warme Luft einen höheren Druck erzeugt, äh, wird, äh, wird, äh, kommt die, kommt die warme Luft mit irgendeinem Radiator oder irgend sowas, äh, in die Richtung, äh, in Berührung, kühlt sich dadurch wieder ab und dadurch kommt der Kolben wieder zurück und so weiter und so weiter. Äh, ja, sehr effizientes Ding, äh, theoretisch zumindest, äh, wenn man, also umso, umso größer der Unterschied in den Temperaturen wird, umso effizienter wird das ganze Ding. Allerdings hast du ein Problem nicht so sehr mit der heißen Seite, äh, die Radioisotopenbatterie kannst du fast so heiß betreiben, wie du willst. Ist alles bloß eine Frage dessen, dass du die gut abschirmst von, also gut isoliert hast, äh, und, ja, dann musst du halt nur noch abwarten, bis ich das Ding von alleine aufheizt. Äh, das Problem ist nicht die heiße Seite, sondern die kalte Seite, äh, weil du hast, äh, draußen im Weltall nicht irgendwie einen Fluss, äh, den du als, äh, Kühlwasser benutzen kannst. Du hast keine Luft, äh, wo du irgendwie sagen kannst, ich benutze hier ein Gebläse, um das irgendwie abzukühlen. Du hast nur halt Vakuum und die, und das Weltall ringsrum. Und, äh, das musst du dann halt alles mit Radiatoren machen. Radiatoren sind halt einfach bloß, äh, ja, eine große Fläche, die halt Wärme abstrahlt. Und, äh, dann brauchst du Kühlkanäle, die dann halt, äh, ja, du brauchst Kühlkanäle, die halt die Wärme dann, äh, mit irgendeiner Trägerflüssigkeit oder sowas, äh, in diese Radiatoren leiten. Oder du verzichtest drauf und sagst einfach, äh, wir machen das alles mit Wärmeleitung, so ganz passiv. So heißen, äh, die kalte Seite ist nicht wirklich kalt. Ähm, gleiches Problem natürlich auch bei den Radiosotopenbatterien. Und, äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, die Effizienz von dem Sterling-Motor ist dann in der Praxis irgendwas um die 20, 25 Prozent. Was immerhin schon vier- bis fünfmal so gut ist wie bei den Thermoelementen. Ähm, kleiner Nachteil dabei ist, äh, das Ganze ist immer noch ein mechanisches System. So heißen, solange wir die Strom erzeugen sollen, solange müssen die sich auch bewegen. Und, äh, ja, haben deswegen einfach eine begrenzte Lebensdauer, ne? Wenn da ständig so ein Kolben hin und her sich bewegt, irgendwann geht der kaputt und dummerweise kann das Ding nirgendwo rechts ranfliegen und, äh, einfach mal ein Mechaniker das Ding reparieren lassen. Ähm, ich stell mir auch vor, dass das schwierig ist, äh, wenn da halt so eine Schwingkraft doch irgendwie aktiv ist, äh, das Gerät auszurichten. Also, wenn da sich ständig was bewegt, das wirkt ja sich dann auch auf die Ausrichtung des, äh, Satelliten oder der Sonder aus. Ähm. Oder ist das vernachlässigbar? Das könnte vernachlässigbar sein. Ähm, wenn, dann muss man es halt irgendwie so aufhängen, dass das Ganze halt, äh, möglichst nicht passiert. Ähm. Ja, im Prinzip kann man das, kann man das ja irgendwo entkoppeln auch vom Rest des Raumschiffs. Auf irgendeine Art und Weise. Ja, wenn du das sagst. Würde ich mal denken. Äh, bin mir nicht sicher. Ist aber eine gute Frage und mit Sicherheit eine Frage, äh, äh, mit, über die sich schon einige Leute den Kopf zerbrochen haben werden. Also ich, ich glaube mich zu erinnern, dass es mal Probleme gab auf der ISS mit, äh, oder auch auf der Mir, ich weiß nicht, mit Laufbändern, die dann die ganze Station in Vibrationen versetzt haben und dann irgendwelche Anbauten sich langsam aber sicher gelockert haben. Ja, deswegen sieht man, also wenn man sich diese Fitnessgeräte auf der ISS anschaut, die sind ja auch, ja, mehr oder weniger entkoppelt von allem anderen. Also gerade so so Pressen oder so, die dann schon eine gute Schwingkraft ausüben. Hm. So, ähm, ja, also das ist eine Möglichkeit, die wird auch verfolgt, aber die wurde bis jetzt noch nie in irgendeiner Mission dann tatsächlich benutzt. Ähm, halt wie gesagt, wegen mechanischen Problemen und so weiter oder wenn man's halt den Dinger nicht zutraut oder einfach nur sagt, wir haben, was das funktioniert. Ähm, was das Ganze natürlich Wo Sterling-Motoren gerne eingesetzt werden, sind bei U-Booten, also es gibt eine schwedische U-Boot-Klasse, die Sterling-Motoren besitzt, weil die halt sehr leise sind. Und, äh, Ja, im Vergleich zu diesem Motor. Genau, oder sowas. Da, da nimmt man dann halt einen Effizienzverlust in Kauf, ähm, aber hat dann halt den Vorteil, dass man halt nicht geortet werden kann. Was bringt das Ganze dann am Ende, naja, man braucht halt bloß ein Viertel der Menge an, äh, an, an Plutonium oder was auch immer in der Radioisiotopen-Batterie, um, äh, am Ende die gleiche Leistung zu bekommen. Oder man bekommt halt aus der gleichen Menge die vierfache Leistung. fragt sich halt, wie lang, äh, denn du kannst dich darauf verlassen, dass einfach die, die Leistung des Sterling-Motors durch, äh, ja, langsamen Abbau, durch mehr Reibung oder durch, äh, schlechter werdende Dichtungen und so weiter, dass die halt mit der Zeit abnimmt. Aber man hätte halt eine Zeit lang zumindest die, äh, die Möglichkeit, mehr Leistung daraus zu, rauszuholen. Ähm, es gibt noch andere Möglichkeiten, äh, wenn man jetzt sagt, okay, wir bauen jetzt irgendwas, das richtig, richtig heiß wird, so, dass es glüht, dann kann man da auch, äh, letzten Endes Solarzellen benutzen. Also keine echten Solarzellen, also, äh, nicht Solarzellen, die auf, äh, normales Licht reagieren würden, aber es gibt auch Solarzellen, die mit Infrarotlicht funktionieren würden. Und, äh, die könnte man halt auch benutzen, wenn man sagt, okay, wir heizen das Ding einfach auf 2000 Grad hoch oder so, äh, glüht dann halt richtig schön rot, äh, aber man benutzt halt letzten Endes, äh, hauptsächlich das Infrarotlicht, um da, äh, um da Strom zu erzeugen. Ähm, nennt sich im Prinzip, äh, das ist Thermophotovoltaik, will man, hat man zumindest mal untersucht, das Ganze auch auf der Erde zu machen, äh, dass man halt nicht Photovoltaik macht, wie man es, äh, normalerweise macht, so heißen, dass man, äh, eine normale Solarzelle nimmt, die dann, die man halt ins Sonnenlicht reinhängt und fertig, äh, sondern man, äh, nimmt einen Spiegel, konzentriert das Sonnenlicht auf, äh, einen kleinen Körper, den man dann richtig aufheizt und, äh, benutzt dann die Infrarotstrahlung von diesem heißen Körper, um, äh, um letzten Endes, äh, so Solarzellen zu betreiben. Äh, was soll der ganze Scheiß? Äh, das dann diese, diese großen Sonnenfarben, die man, also diese, wo dann ganz viele Spiegel im Kreis um so einen Turm angeordnet sind? Ja, aber da macht man es einfach nur heiß und, äh, erzeugt Dampf. Ach so. Und mit dem Dampf betreibt man eine Turbine. Okay. Ähm, ja, was, wieso kann das Ganze effizienter werden? Naja, man kann sich, äh, man kann sehr genau konstruieren, was für ein Körper das ist, der das Infrarotlicht aussendet. Und, äh, wenn man beispielsweise Wolfram nimmt, äh, kennt man ja so vom Wolframdraht, äh, dann kann man das Ganze so einrichten, dass der in, äh, in, in, im nahen Infrarotbereich halt, äh, sehr stark, sehr viel, äh, sehr viel Licht sozusagen aussendet. Aber im etwas ferneren Infrarotbereich, das Ganze, die Emission unterdrückt wird. Und damit hat man insgesamt einen schmaleren Spektralbereich. Und wenn man einen schmalen Spektralbereich hat, dann kann man, äh, äh, relativ effiziente, äh, ähm, Solarzellen bauen, die, äh, äh, sehr viel effizienter sind als das, was man, äh, zum Beispiel hier mit Sonnenlicht, äh, mit einer einfachen Solarzelle hinkriegen kann. Jetzt mal ganz kurz aus, ganz grob und kurz ausgedrückt, äh, das ist sehr schwer zu veranschaulichen, wenn man nur drüber spricht. Alternativen dazu, ähm, Problem mit, äh, mit einer Radioisotopenbatterie ist natürlich, du kannst das Ding nicht steuern. Also ganz kurz, da heißen das, warte, ich würde das gerne nochmal, weil du jetzt schon längeren Vortrag gehalten hast, zusammenfassen. Also man hat, äh, irgendwie ein Stück radioaktives, äh, Getier und, ähm, das wird warm von sich aus, weil es halt radioaktiv ist. Und dann gibt's verschiedene Möglichkeiten, wie man diese Wärme in elektrischen Strom umwandeln kann. Und das ist einmal Thermoelemente, was halt benutzt wird zurzeit. Genau. Dann kann man's mit dem Stirling-Motor, äh, verwenden. Genau. Und, äh, dann gibt's noch diese Infrarot-Photovoltaik. Genau, das könnte man zum, könnte man zum Beispiel machen. Äh, es gibt auch noch Beta-Voltaik, so heißen, man nimmt, äh, einen Beta-Strahler, also, so heißen, radioaktives Element, also radioaktives Isotop, das, äh, Elektronen raushaut mit, äh, hoher Energie und, äh, wandelt die praktisch direkt in Strom um. Äh, das Konzept poppt ab und zu mal auf. Ich hab noch nichts, äh, gesehen, das, äh, dauerhaft und wirklich gut funktioniert. Aber, ja, gibt's. Okay. Ähm, ja, halt, ein Problem, dass man, dass man damit hat, ist halt, äh, man kann das nicht steuern. Ne, also, das zerfällt halt von alleine und, äh, ist dann halt praktisch, äh, dem ausgeliefert, was halt diese, äh, was die, die, die Radioisotopen halt so mit sich bringen an, an Halbwertszeiten, an, äh, Zerfallsenergie und so weiter. Kann man sich dann auch raussuchen. Also, sehr beliebt ist halt Plutonium-238. Hat eine Halbwertszeit von 88 Jahren. Und, äh, relativ energiereichen Zerfall. Und, ja, alles dufte. Ähm, Alternative, die man, äh, in Europa benutzen möchte, ist Ameritium-241. Ähm, das, äh, fällt letzten Endes, also, ein Nachteil von Plutonium-238 ist, das muss man letzten Endes günstig erzeugen, wenn man das so halbwegs in reinen Form haben will. Dazu nimmt man, äh, Neptunium-237 und, äh, ja, bestrahlt das mit Neutronen und dann kommt das Plutonium von alleine raus. Ameritium-241, äh, ist genauso wie dieses Plutonium-237 ein Bestandteil von, äh, von radioaktivem Abfall sozusagen, äh, von, ja, Brennstäben. Und, äh, hat eine Halbwertszeit von 400 Jahren. Gibt ähnlich viel, äh, Energie ab pro Zerfall, aber braucht halt fünfmal so lang, um zu zerfallen. Entsprechend hat man nur noch ein Fünftel der Leistung, hat auch nur ein Fünftel der Radioaktivität. Kleiner Nachteil ist, äh, es zerfällt teilweise spontan. Also, äh, also, nein, nicht, nicht zerfällt, es spaltet sich spontan und gibt dabei Neutronen frei. Äh, äh, das ist nicht übermäßig viel, sollte handhabbar sein, aber das ist halt so einer der Dinge, die mir halt im Kopf sind, weil, ähm, es gibt immer wieder Pläne, dass man Ameritium-241, äh, gerne loswerden möchte in Kernreaktoren, indem man die einfach zur Kernspaltung mit benutzt. Und dann hat man das Problem, wenn man zu viel davon im Kernreaktor hat, dann hat man zu viele Neutronen drin und so weiter und so weiter. Dritte Möglichkeit wäre das Trontium-90. Das Trontium-90, äh, ist ein, auch ein wichtiger Bestandteil von den Spaltprodukten in Kernreaktoren und, äh, fällt von daher auch in größeren Mengen an und hat eine Halbwertszeit von 30 Jahren, ist ein Beta-Strahler, gibt nicht ganz so viel Energie frei wie die Alpha-Strahler, also auch von der Menge her, aber, äh, dadurch, dass man eine kürzere, ähm, Halbwertszeit hat, kommt man am Ende in die gleichen Regionen von der, von der Energiefreigabe her, nur halt nicht über die gleichen Zeiträume. Geht also auch und, äh, in Russland hat man sowas auch schon benutzt, allerdings nicht in der Raumfahrt, äh, sondern um irgendwelche, äh, Leuchttürme entlang der arktischen Küste zu betreiben. Und, äh, da haben sich die Leute immer gut drum gekümmert und, äh, es ist nie vorgekommen, dass dort Leute hingegangen sind und die Dinge auseinandergenommen haben. Nein, ist nie vorgekommen. Also, es gibt da so Geschichten, dass, dass irgendwelche Schrotthändler, die auseinandergenommen haben und sich dran gewärmt haben und so weiter und so weiter. Super. Ja. Ja, ist, also, geht schon warm, kann man nicht abstreiten. Also, theoretisch hat man jetzt die Möglichkeit, dass man sagt, okay, wir benutzen einfach mehrere Isotope und, äh, mischen die sozusagen und können uns dann aussuchen, also haben dann irgendwie am Anfang viel Strom und dann später weniger, aber dafür über längere Zeiträume. Also, sowas könnte man schon machen, um das irgendwie zu steuern. Andere Möglichkeit wäre natürlich, anstatt von, äh, Radioisotopenbatterien zu nehmen, einfach einen Kernreaktor zu nehmen. Den kann man dann tatsächlich steuern. Und da hat man dann auch mehr, äh, eine höhere Energiedichte, so heißt, man braucht nicht ganz so viel Masse, um, äh, um, ja, ja, um die gleiche Energiemenge über die gleichen Zeiträume rauszuholen. Gab's doch so russische Satelliten, oder? Gab russische und amerikanische auch, glaub ich. Echt? Ich hab nur von russischen gehört. Ja, die Russen haben's mehr benutzt. Äh, vor allen Dingen auch in Spionagesatelliten, die relativ erdnah waren. Ähm, glaub genau darum ging's, die dann, äh, nicht ganz. Genau. Äh, einer von denen, einer von denen ist über Kanada abgestürzt, einer ist, glaub ich, vor Argentinien in den Atlantik gestürzt, und einer ist beim Start irgendwo in der Nähe von Alaska runtergekommen. Aber auch im Meer. Licker. Glaub ich. Aber, der letztere ist jetzt nicht so, der letztere ist nicht so tragisch, weil, ein Kernreaktor wird erst, letzten Endes radioaktiv, wenn der eine Weile gelaufen ist, weil, ähm, ja, also der eigentliche Brennstoff, den man benutzt, was meistens hoch angereichertes Uran ist, ist jetzt nicht so übermäßig radioaktiv. Äh, erst die Zerfallsprodukte, die sind dann ernsthaft radioaktiv. Ja. Und umso länger der dann halt läuft, umso mehr hast du davon dann im Reaktor. Und davon fliegen jetzt noch eine ganze Menge ringsherum, äh, allerdings in so hohen Orbits, äh, dass man davon ausgehen kann, dass die die nächsten paar hundert Jahre nicht runterkommen. Und, äh, bis die runterkommen, äh, ist der größte Teil davon auch schon zerfallen. Ja, das, äh, schließt sich gut an eine Frage aus dem Chat an, vom Erik. Der meinte, warum nicht, ähm, ähm, äh, Radioisotopenbatterien mehr eingesetzt werden für Weltraummissionen, die keine Chance haben, auf die Erde zurückzufallen. Also, warum man die nicht, äh, überall einbaut. Also zum Beispiel jetzt die, äh, Juno-Mission, warum die noch auf Solarpaneele gesetzt hat, wenn man auch locker ein Radioisotopenbatterie, Batterie einbauen könnte. Also erstens haben die Leute da Probleme einfach mit, so von wegen, oh, ist radioaktiv. Also, das ist einer. Image-Geschichte. Erstens, ja. Erstens ist ein großer Teil davon. Äh, das andere ist, äh, man benutzt zurzeit größtenteils Plutonium-238, damit hat man auch die meiste Erfahrung und wir wissen ja alles so konservative Branche und so weiter. So heißen am liebsten nur das. Ähm, und das muss halt künstlich erzeugt werden. So heißen, man muss, äh, irgendwelche Brennstäbe aufarbeiten und dort das, äh, das Neptunium-237 rausholen. Übrigens, äh, ein Zerfallsprodukt von Ameritium-200, äh, nee, stimmt das? Ich glaube, wenn es nicht stimmt, werden es uns die Hörer in den Kommentaren schon mitteilen. Es müsste, doch, 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 äh, ich, ich musste kurz überlegen, äh, ich glaube, äh, Plutonium-241 zerfällt durch Beta-Zerfall zu, äh, Ameritium-241 und Ameritium zerfällt dann über Alpha-Zerfall zu Neptunium. Irgend so was. Ja. Jedenfalls, äh, das Neptunium muss man ja letztens aus irgendwelchen Brennstäben, egal woher diese Brennstäbe auch stammten, in den USA stammen die praktisch grundsätzlich aus der Kernwaffenproduktion, weil, äh, zivile Aufarbeitung hat man dort verboten, wegen Proliferations, Proliferations, äh, äh, Problem, weil es könnte ja sein, dass in Amerika jemand an Atombomben rankommt. Ich hab das noch nie ganz kapiert, was die da machen, egal. Ja, jedenfalls ist ein Aufwand, ne, und dann muss halt dieses Neptunium auch noch, äh, bestrahlt werden in Forschungsreaktionen und, äh, für sehr lange Zeit, äh, gab's einfach keinen Forschungsreaktor mehr in den USA, in dem sowas, äh, durchgeführt wurde, wurde und, äh, man hat jetzt erst vor kurzem wieder einen alten Reaktor aus den 60er Jahren reaktiviert, um sowas, äh, wieder machen zu können. Die Fast Flux Test Facility, glaub ich, FFTF, macht das, glaub ich, wieder. Äh, würde ich jetzt nicht meine Hand für ins, äh, Feuer legen, aber, ja, die wollen wieder ein paar Kilo pro Jahr oder so produzieren oder ein halbes Kilo, ein Kilo, irgend sowas. Und wie viel braucht man für so eine Batterie? Oh, vier Kilo. Okay. Wenn's ein kleiner ist, wenn's ein kleiner ist, vier Kilo, äh, und sonst mehr. Äh, man benutzt sowas übrigens auch einfach bloß zum Heizen. Also, äh, ich glaub, da hatten wir uns drüber unterhalten bei Phile, der Kometenlandersonde. Ähm. Von was du redest. Ja, äh, da ging's halt, äh, ja, da war halt das große Problem, dass sich, dass der Lander halt ausgekühlt ist und, äh, einfach Strom brauchte, um sich selbst warm zu halten. Äh, was auf einem Kometen irgendwie weit abseits der Sonne, ein bisschen Problem ist und, äh, niemand wollte auch nur die kleinsten Mengen Plutonium da mitnehmen. Äh, und so, ja, also man, man hätte halt durchaus irgendwie eine kleine Heizeinheit benutzen können mit ein, zwei Gramm Plutonium, was, äh, absolut standardisiert ist, die auch sehr robust sind, die halt die Batterie halt so warm hätte halten können, dass sie weiter funktioniert. So rum gab's das Problem, wenn die Sonne scheint, dann muss der Heizer erstmal den Strom nehmen, um da, um die Batterien aufzuhheizen und, äh, erst wenn die Batterien warm genug sind, konnten die aufgeladen werden und dadurch ist das halt alles, äh, hat halt alles nicht mehr funktioniert. Alle diese Radioisotopenbatterien seit, äh, Ende der 60er, nee, Mitte 60er Jahre, glaube ich, sind so gebaut, dass sie den Wiedereintritt überstehen. Es gab eine einzige, die es mal nicht überstanden hat und die dann tatsächlich in der Atmosphäre verglüht ist, zu kleinen Staubpartikeln und die man dann auch an allen Ecken und Enden nachweisen konnte. Braucht ja nicht viel, um irgendwas nachweisen zu können, aber naja, wie es halt so ist. ähm, und hat dann gesagt, okay, äh, in Zukunft müssen Radioisotopenbatterien so gebaut sein, dass die den Wiedereintritt überstehen und hat's mindestens auch einmal gegeben, dass das, äh, praktisch, äh, unfreiwillig getestet wurde. Das war bei Apollo 13. Die Mondsonden hatten halt auch solche Radioisotopenbatterien dabei, halt die Mondlander für irgendwelche Instrumente oder so. Und, äh, ja, da war dann halt, also eigentlich wollten die das Ding natürlich auf den Mond zurücklassen. Äh, das hat bei Apollo 13 bekanntlich nicht geklappt. Und von daher ist das mit in die Erdatmosphäre, in den Pazifik gestürzt und, äh, ist halt nicht in der Atmosphäre schon verglüht, sondern halt, äh, ja, wirklich in, in den Ozean reingestürzt. Ja, die sind so solide gebaut, dass die halt wirklich etwas überstehen können. Also, äh, auch wenn die, wenn die Rakete beim Start explodiert oder so, die überstehen das. Äh, hat man ja durchaus gesehen, es gab ja bei der Antares-Mission, bei der Antares-Mission von 2014, Oktober 2014, als die explodiert ist, gab's ja, äh, noch, ich glaub, ein oder zwei Cube-Sats, die das Ganze sogar überstanden haben. Größtenteils unbeschädigt. Obwohl die Rakete ja doch ziemlich, äh, ziemlich spektakulär explodiert ist. Ja. Ähm, also man kann, Also so robust sind die dann doch. Ja, ja, äh, der Punkt ist halt so, die, die Explosion von der Rakete hat halt ein bisschen was von Hollywood-Explosion an sich. Ist halt viel flüssige Flüssigkeit, die gut brennt. Genau, genau. Nur halt vermischt mit einem Oxidator, der das Ganze dann doch schon noch mal etwas heftiger macht. Aber, äh, es ist halt kein, äh, es ist halt kein Sprengstoff, ne? Also von daher hat, da hat man da echt gute Chancen, dass die, äh, größtenteils unbeschädigt oder zumindest nicht irgendwie pulverisiert werden, ne? Äh, es reicht ja aus, wenn's irgendwie in, in großen Stücken bleibt, sozusagen. Kommt auch immer, immer auf die Konstruktion an. Ja. Ähm, äh, ich hab jetzt auch mal, ähm, also ich hab, ich hab das mal, ähm, was ja auch mal so eine öffentlich, also so in der Öffentlichkeit ist halt, okay, wenn so eine Rakete mit so einem RTG explodiert, äh, dann quasi die Region darum verstrahlt wird, das war dann, glaub ich, äh, bei New Horizons, hab ich das mal recherchiert und, ähm, oder bei Curiosity, wo ja zwei Batterien drin sind, ähm, aber das wär dann auch nicht, also so diese Verstrahlung, wär vielleicht, ja, minimal größer als das, was man halt sonst generell übers Jahr hin aufnimmt, ähm, also ich glaub, es ist jetzt nicht so, als wär da so eine kleine Atombombe explodiert oder so, das ist halt immer noch, nee, nicht wirklich. Ich mein, Strahlung ist überall, das ist halt immer so, oh Gott, das ist radioaktiv, dann muss es ja sofort instantan tödlich sein, aber wenn man sich mal überlegt, die, die leuchtenden, ähm, Zeigerblätter bei so alten Uhren, die sind ja natürlich auch radioaktiv. Ja, völlig natürliche Radioaktivität, äh, Radium, so heißen, man nimmt irgendwelche, irgendwelche Uranerze, die halt, äh, seit, äh, Jahrmillionen vor sich hin zerfallen, und, äh, zerfallen unter anderem zu Radium, und, äh, trennt dann halt das Radium ab vom ganzen Rest, und, äh, ja, das Problem bei dem Radium ist halt, äh, das zerfällt dann weiter, erst mal zu Radon, und das Radon zerfällt dann noch weiter, zu unter anderem Blei 210, und dieses Blei 210, das hat dann nochmal eine, eine Halbwertszeit von, so 20 Jahren oder so, und setzt sich dann halt überall ab. Ja, Radon, das gibt's auch so manchmal so Heilbädern, also es gibt auch so Heilbäder, die ihren Radonstein werben. Ja, das Problem ist halt, wenn du so altes Zeug hast mit Radium, dann, und du hast zum Beispiel Museum oder so, dann kannst du das Ganze nicht in eine einfache Glasvitrine reinlegen, sondern du musst das Ganze in eine gut belüftete, äh, Vitrine reinlegen. Weil ansonsten hast du das Problem, dass halt die ganze Zeit innerhalb von dieser Glasvitrine, äh, das Radon sich erst ansammelt und dann zerfällt, und sich dann überall in der Vitrine das Blei 210 absetzt. Also du hast Polonium, du hast Blei 210, du hast halt, äh, alles mögliche an radioaktiven Zeugs halt, was sich dann, äh, durchaus auch fest dort absetzt, weil du halt, äh, ein Gas hast, das von dem, das sich aus dem Radium, äh, aus dem Radium entsteht und dann halt nochmal zerfällt und, ja, dann halt fest wird. Ja, ist dann halt blöd. Deswegen, äh, sagt man halt, okay, äh, bitte nur in gut belüfteten Vitrinen das Ganze haben und, äh, ja, das Problem ist nicht, dass es insgesamt sehr viel Radioaktivität wäre, sondern einfach bloß, dass das, äh, sehr konzentriert dann halt an einem Ort ist, an dem, aus dem es halt nicht rauskommt. Was, was wären die nächsten Missionen, mit denen ein RTG hat? Gibt's da schon was, was jetzt, äh, wie ansteht? Ich hab keine Ahnung. Äh, ich weiß, dass die, ich weiß, dass die, dass es, äh, die Leute vorhaben, also deswegen fährt man ja die Produktion wieder an, aber ich weiß nicht, was das sein wird. Also ich glaub, die wollen schon mal wieder irgendwann in eine, äh, eine, äh, Mission Richtung Saturn und so weiter, äh, starten, aber ich wüsste nicht, dass zurzeit irgendwas konkret, äh, in Planung und finanziert ist. Also wie gesagt, äh, es gab immer wieder so Pläne, auch, ähm, Kernreaktoren zu bauen für den, für den Zweck, äh, hat man ja auch gemacht. Irgendwie so Snap 10A waren was bei den Amerikanern. Ähm, wie gesagt, hat große Vorteile, äh, man kann so einen Reaktor durch auch so bauen, dass der sich, äh, praktisch selber steuert. Also, ja, dass der halt die ganze Zeit, äh, die gleiche Leistung hat, obwohl es halt mit der Zeit, äh, mit der Zeit, ähm, ähm, sich Spaltprodukte anreichern und sich dort drin was ändern müsste, aber das kann man, das kann man alles durch, äh, dadurch ausgleichen, dass man die, die Reaktionsrate innerhalb von dem Kernreaktor, äh, abhängig davon machen kann, wie heiß der ist. Umso heißer der wird, umso langsamer wird dann die Reaktionsrate und, äh, das Ding hält sich praktisch von alleine im Gleichgewicht. Kann man dann natürlich immer noch mal beeinflussen durch irgendwie einen Steuerstab oder so, äh, den man dann halt bewegen kann. Mhm. Aber, ähm, ja, das geht auch so. Und was mir dazu noch einfällt, es gab ja noch mal ganz andere Pläne, nämlich, dass man nicht, äh, dass man Kernreaktoren nicht nur, ähm, als Energiequelle benutzt, also nicht als Strom, nicht nur als Stromquelle benutzt, sondern auch als Antrieb für, also als Energiequelle für einen Antrieb, für einen Raketenantrieb, dass man einfach, äh, Wasserstoff nimmt und den halt stark aufheizt mit dem Kernreaktor und den dann hinten raushaut, was, äh, deutlich effizienter ist als ein Wasserstofftriebwerk, dass halt, äh, Wasserstoff mit Sauerstoff verbrennt. Und den hat man dann tatsächlich bis zur Zerstörung getestet, äh, gibt's einen Test, der nennt sich Kiwi TNT. Was man da gemacht hat, ist, man hat den, äh, äh, man hat den Testreaktor so umgebaut, äh, mit, äh, dass sie, ähm, dass man die Steuerstäbe ungefähr 100 Mal so schnell bewegen kann, wie man das normalerweise tun kann. Und, äh, ja, wenn man das machen kann, dann, äh, kann man den Reaktor durchaus dazu provozieren, dass er, äh, sehr viel Energie in sehr kurzer Zeit, äh, raushaut und letzten Endes, ja, explodiert. Und, ja, hat damals, glaube ich, irgendwie 10 oder 20, äh, Tonnen TNT-Äquivalent gehabt. Ich müsste mal, ich müsste gucken, wie viel es genau war. Ähm, klar, die lokale Umgebung war für eine gewisse Zeit, äh, doch deutlich verstrahlt. Ja, das war 1965. Also, Hochzeit von, äh, Atomic Age. Ja. Als alles irgendwie Atom war. Genau. Ist jetzt zu viel, um das Ganze in kurzer Zeit, äh, äh, durchzulesen und dann nochmal zu sagen, was, was genau rausgekommen ist. Also, ich hab hier ein, ich hab hier ein Dokument, kann sich dann auch jeder durchlesen. Äh, viel Spaß dabei. Äh, bist du damit durch oder hast du noch was? Ich denke, jetzt bin ich halbwegs durch. Äh, wenn Fragen sind, äh, es gibt den Kommentarabschnitt bei uns auf der Webseite, countdownpodcast.de, äh, mit Bindestrich. Was mit Bindestrich? Ja, mit Bindestrich, countdown-podcast.de. Bei wem ist er sich noch nicht selbstvollständig, der hat die Seite nicht oft genug aufgerufen. Ja. Aber schaut mal vorbei, dort könnt ihr dann Kommentare hinterlassen mit Fragen und, äh, wenn ihr Fragen habt, dann nur raus damit. Ja. Gut, kommen wir jetzt, äh, zu was ganz Geheimem, Geheimgeheim, ist so geheim, ich weiß gar nicht, ob wir drüber reden dürfen, aber es wurden Fotos veröffentlicht, von dem her, denke ich, ist okay, nämlich, das, ähm, Orbital Test Vehicle der US Air Force X-70, äh, X-37B, klingt auch alles sehr geheim. Oder X-37B, genau. Sagt einfach auf Deutsch, das geht viel leichter, wenn man, wenn man sich sowieso schon auf Deutsch unterhält. Genau, X-37B, ein, äh, ja, im Aussehen, äh, sehr ähnlich einem sehr kleinen Space Shuttle, äh, ohne Fenster, ähm, und ohne große Finne. Äh, und das, ähm, war, ähm, ist jetzt mittlerweile, es gibt, es gibt zwei, äh, von diesen Test Vehicles und jeweils beide sind jetzt zweimal geflogen und diese vierte Mission hat jetzt ganze 718 Tage gedauert. Was man da gemacht hat, äh, wird nicht gesagt. Ja, man hat so ein bisschen glaube ich, äh, verraten, dass man so einen experimentellen elektronischen Antrieb, also, äh, elektrischen Antrieb, also so, 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 äh, Ionenantrieb, glaube ich war es, getestet hat. Ähm, aber mehr wurde auch nicht erzählt. Wohlgemerkt jetzt nicht, jetzt nicht für die Air Force oder für die NASA, sondern für irgendeinen Privaten. Was machst du da gerade auf? Eine Bierflasche. Oh Gott. Ähm. Ja, schlimm, ne? Genau. Ähm. Aber, ja, das ist jetzt irgendwie, jetzt ist gerade ganz frisch heute vor ein paar Stunden gelandet, wurde auch nicht groß vorangekündigt, äh, klar ist Air Force, ähm, ich glaube, es wurde deutlich bekannt, dass, dass man den Überschallknall gehört hat, als es in die Atmosphäre reingetreten ist. Und dann konnte es die, die Air Force auch nicht mehr groß verheimlichen, weil es ja auch sehr prominent, äh, auf diesem Lande, Lande, Streifen gelandet ist, wo auch die ganzen Space Shuttles gelandet sind. Und, ähm, man hat zwei Fotos veröffentlicht ein paar Meter lang, genau. Und die ESA will ja genau sowas bauen. Sie sind neidisch geworden und jetzt wollen sie auch eins haben. Ähm, unbemannt. Na, unbemannt. Äh, hat man ja schon mehr oder weniger getestet, äh, zumindest von der Aerodynamik her, äh, mit der Vega-Rakete, mit dem fünften Start, glaube ich. Äh, ich komme nicht mehr drauf, wie das Ding hieß. Ähm, aber man findet das, äh, man findet das, wenn man einfach, äh, in der Liste der Starts von der Vega-Rakete schaut, äh, irgendwo ist das. Ähm, genau, das wollten wir gerade reinnehmen. Ich glaube, so viel kann man auch nicht drüber sagen. Ja, äh, der Unterschied wird wahrscheinlich sein, dass die ESA dann sagt, äh, was die damit machen und die Amerikaner nicht. Ja, gut, äh, ist ja auch, äh, Militär und nicht Militär, also von dem her. Naja, die ESA ist durchaus eng mit dem Militär verbunden. Ja, gut, die NASA aber auch, und die sagen ja auch was, wenn sie was damit machen. Ja, hm, stimmt. Aber wie gesagt, ist dann halt, äh, bei der ESA nicht, nicht direkt beim Militär. Hm, ja, ja, hast recht. Genau, ähm, und dann, äh, jetzt die richtigen Raketenstarts, nämlich, äh, Falcon 9 mit dem National Record, Reconnaissance Office Launch 76, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. was ganz Geheimes, ein geheimer Spionage-Satellit, ähm, der erste geheime Spionage-Satellit, der von SpaceX gestartet wurde. Jo. Genau. Ähm, ich fand's, ähm, ich fand's ein bisschen, äh, komisch, dass Elon Musk, genau auf Twitter, ihn auch wirklich Spy-Satellite genannt hat. Das hat nämlich, sonst war's halt immer so, Reconnaissance-Satellite und halt Überwachung und sicher, also es wurde halt nie von Spionage geredet, sondern mehr so von, äh, liefert Sicherheit aus dem Orbit, aber dass das Elon Musk ganz so offiziell so nennt, fand ich doch ganz nett. Ja, äh, ja gut, es gibt ja auch das offizielle Mission-Patch dazu. Explore, Discover, No. Mit so, äh, weiß nicht, Lewis & Clark, oder wer sind das? Äh, ja, ich glaub, das sind Lewis & Clark. Ne? Kann sein, ne? Ja. So, mit, mit, äh, Fernrohr und, äh, einer mit irgendeinem, irgendein Gewehr in der Hand. Und der andere mit so, mit so einem Fanlein-Fieselschweif-Mütze. Genau. Ja. Auf jeden Fall kein, äh, kein Ritter oder, äh, römischer Gott. Ja, auch kein Oktopus, der die Welt beherrscht. Das war Enroll 39. Ja, und das war irgendwie auch nur so ein Witz, ähm, der dann sich verselbstständigt hat. Ja, der, 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 der Punkt ist, das Ding ist schon offiziell. Ja. Und, ähm, aber das war mehr so, haha, es wäre doch lustig, wenn wir so einen Kragen nehmen würden und dann ist das irgendwie durchgekommen. A little sinister, ne? Ja. Aber, es ist, zeigt doch, äh, sehr deutlich, äh, irgendwie auch das Selbstverständnis von den Leuten. Ja, also ich glaube, die, die, National Reconnaissance Office Mission Patches sind immer die ausgefallensten. Hm. Ja, aber wie gesagt, es ist halt immer auch so ein bisschen, äh, es ist auch Selbstdarstellung, äh, dessen, was man macht. Ja. Ne? Ne? Und teilweise wollen die ja durchaus auch, äh, sicher gehen, dass die Leute wissen, was sie tun. Ne? 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 Das ist so. Ne? Wenn, wenn so ein Geheimdienst, äh, ab und zu mal eine Duftmarke setzt, äh, hier, das und das können wir, ne? Äh, gibt's ja durchaus. Ja. Aber, ähm, dadurch, dass wir, äh, kein Video von, ähm, also, ich glaube, nach der Trennung der Oberstufe wurde dann, äh, die Mission gar nicht mehr gezeigt, weil, klar, durfte man ja nicht zeigen. Dafür hatten wir aber sehr schöne Aufnahmen. Ja, danach wäre, danach wäre ja die Abtrennung der Nutzersverkleidung gekommen und dann hätte man ja den Satelliten gesehen. Und das ist wäre schlecht. Und das kann man ja gar nicht, ne? Und, ähm, dafür hatte man aber sehr schöne Videoaufzeichnungen vom Boden aus sogar, ähm, wie, ja, die Unterstufe abgetrennt wurde, zurückgeflogen ist und gelandet ist. Also, man hatte quasi durchgehend vom Boden aus Überwachung der Unterstufe. Ja, und man hat sehr gutes Wetter gehabt. Sehr gutes Wetter gehabt und, äh, halt einfach bloß, ja, gute Aufnahmen. Genau, also ich, ich weiß gar nicht, ob sich einfach die Technik weiterentwickelt hat oder das halt, äh, ein besonders klarer Tag war und das man, deswegen man halt so weit sehen konnte. Naja, also ohne gutes Wetter geht's gar nicht. Ja. So viel steht fest. Och, und, äh, naja, die Technik sah mir jetzt eher ordinär aus. Einfach bloß gutes Teleobjektiv. Ja. Oder halt Teleskop. Was ich mich ja mal frage. Aber vielleicht, aber vielleicht ist da ein bisschen mehr Aufwand dabei. Vielleicht hat man das irgendwie aktiv getrackt oder so. Ja, die, die Frage ist ja, wie, wie schaffen sie das, dass das halt die Kamera, die, die Rakete immer, äh, im Blickfeld bleibt. Also da muss ja irgendwie die Kamera immer ständig nachgezogen werden. Ich kann mir nicht das vorstellen, dass man das von Hand macht. Das geht schon. Äh, naja, mit etwas Aufwand. Aber es sah nicht so aus, wie von Hand gemacht, ne? Ja, also war schon so, glaube ich. Dass man vielleicht irgendwie die Rakete irgendwie dann mit so Markerpunkten versehen hat. Man hat ja Telemetrie. Ja. Weißt du, die haben, die haben die Telemetrie und, äh, die Rakete flägt jetzt nicht gerade Haken in der Luft, sondern, äh, ja, fliegt halt doch auf einer ziemlich geraden Bahn. Ja, und von daher. Ne, ich, ich kann mir so vorstellen, da ist ja nicht viel anderes, was da rumfliegt, dass man einfach sagt, man kann ja so Markerpunkte setzen. Okay, dieses Objekt verfolgt das mal. Und dann, also was man halt sonst macht, um da halt irgendwie so Grafikeffekte drüber zu legen, kann man ja auch irgendwie so digital Markerpunkte setzen und dann sagen, okay, das Objekt, das verfolgst du mal. Kann sein. Auf jeden Fall war das, äh, sehr schön zum Ansehen. Also man hat richtig halt gesehen, hatte da so Splitscreen, weil man halt gesehen hat, eine Onboardkamera, okay, da war jetzt wieder eine Zündung der, ähm, Korrekturtriebwerke, dann hat man das auch sofort, äh, quasi vom Boden aus gesehen, wieder, äh, groß, äh, die, äh, Ausstöße wegstieben. Das war schon sehr schön zu sehen. Man hat auch gesehen, wie schnell die, wie schnell das, äh, Manöver kommt, um die Rakete, äh, umzudrehen, nach der Abtrennung der Raketenstufe. Halt, ja, sofort, ja. Genau. Und dann, was früher auch nicht der Fall war. Ja, jetzt, jetzt ist man schon, früher war alles anders. Jetzt ist man schon geübt darin. Und, ja, das war eine sehr schöne Mission, sich live anzuschauen. Ja, schön anzuschauen, äh, aber, ich weiß nicht, ich, äh, ich finde, ich finde, solche Militärmissionen haben immer einen sehr bitteren Beigeschmack. Apropos bitterer Beigeschmack, äh, in Indien hat es so eine ähnliche Mission gegeben, äh, mit einem Satellitenstart, der, ähm, ja, wo halt Indien gesagt hat, äh, wir bieten den umliegenden Ländern an, äh, den mitzubenutzen für irgendwie Nachrichtenübertragung und so weiter. Und natürlich hat man das auch Pakistan, also zumindest behauptet man, dass man da, äh, dass man das Pakistan irgendwie angeboten hat und dass Pakistan das irgendwie abgelehnt hat. Ich hab's nicht im Detail verfolgt. Es kann durchaus sein, dass das wirklich genau so passiert ist. Äh, die Beziehungen zwischen Indien und Pakistan sind nicht die besten, wie wir wissen. Ähm, ja. Und ja, äh, ja, äh, merkwürdig war dabei, dass der Start der Rakete, ähm, nicht live von den Inneren selbst übertragen wurde. Äh, und das ist, also das ist wirklich ernsthaft merkwürdig, weil normalerweise ist es so, dass, äh, fast jeder Furz dort, äh, gezeigt wird und applaudiert wird und, äh, reden, gehalten werden von diversen Ministern und so weiter. Und, äh, ausgerechnet bei dieser Mission, die man so als, als ganz große, als ganz große internationale Freundschaftsmission und sonst was angekündigt hat, äh, zeigt man dann noch nicht mal mehr den Start live. Fand ich doch sehr merkwürdig. Ja, wahrscheinlich Geheimhaltung wieder. Wahrscheinlich auch, ja, wahrscheinlich auch, äh, militärische, äh, Komponenten in dem, äh, in dem Satelliten. Weil ich, es macht wenig Sinn, äh, so ein Startgeheim zu halten. Also, ich finde das sehr merkwürdig. Ja. Ja. Übrigens auch bei der Falcon 9, also, äh, da nicht zu sagen, ja, das Ding fliegt jetzt in folgenden Orbit rein. Ich meine, die Leute finden die Satelliten innerhalb von ein, zwei Tagen. Ja, ich glaube, es ist nicht so, dass man das geheim halten kann. Ja, du weißt, es ist wahrscheinlich alles irgendwie Schwachsinn. Naja, aber was kein Schwachsinn war, war der Start, äh, und wir begrüßen die ESA wieder in den Reigen der, in den Reigen der, äh, raumfahrenden Nationen. Ähm, nämlich der, äh, Weltraumbahnhof in Kuro wurde freigegeben von den Streikenden. Ja. Und somit, äh, flog die erste Ariane mit, äh, dem Korea-Sat und noch einem anderen, den ich jetzt vergessen hat, äh, vergessen habe. Ich glaube, so ein brasilianischer Kommunikationssatellit war das. Ähm, und, ja, Start verlief reibungslos, kennt man ja. Äh, Wetter war so, ja, mäßig, ähm, und ich habe es auch, glaube ich, im Zug gesehen, also ich hatte nicht so guten Empfang. Ähm, aber, ja, war schön, dass jetzt, das auch wieder funktioniert. Ähm, ähm, ich hoffe natürlich, dass auch irgendwie der Streik was gebracht hat für die Leute dort. Ja, schön für die Franzosen und hoffentlich noch besser für die, äh, Leute in Französisch-Royana. Ja. Weil, also, ähm, das, das hat einen doch die Augen geöffnet, ne, was die Lebensbedingungen dort angeht. Ja, wer das halt verfolgt hat, ich weiß, so Tagesschau und sowas hat ja nicht berichtet groß. Nicht so wirklich. keine Ahnung, noch nicht mehr Tagesschau, aber Tagesthemen oder so. Jo. Ähm, ja, auch eher aus der, aus der, äh, Kategorie Witz, äh, ist ein anderer Start gewesen, von Vector Space Systems. Ähm, und ich habe mich schon drauf gefreut, ich habe das Ding auch gesehen, äh, ja, seit längerer Zeit. Also Vector Space Systems ist eine amerikanische, angehende Raumfahrtfirma, die sich als eine der beiden ganz Großen bezeichnet, neben, äh, Rocket Labs USA. Ähm, die wollen eine Rakete bauen, die Satelliten von so einer Größe 50 Kilogramm, äh, in eine, in einen niedrigen Orbit bringen kann. Also das ist so der Anspruch. Ähm, ja, das Problem ist, die sind noch mitten in der Entwicklung, die haben de facto noch nicht viel vorzuweisen. Die haben ihre, haben allerdings schon die Triebwerke für die Rakete entwickelt, soweit, aber die haben halt irgendwie alle Systeme, die man braucht, um die Rakete zusammenzubauen und die Rakete, äh, ernsthaft wohin zu bringen, hat man halt noch nicht. Wovon man offensichtlich auch nicht so viel hat, wie man gerne hätte, sind Sponsoren, äh, und Investoren. Und, äh, demzufolge hat man gesagt, haben die sich wohl gesagt, ja, wir brauchen einen Testflug von unserer Rakete. Nun hatte ich gedacht, das wäre so wenigstens ein halbwegs ordentliche Raketen, also irgendwie ein Raketenmodell, das wirklich was mit der endgültigen Rakete zu tun hat, aber so richtig viel hat das Ding nicht damit zu tun. Ähm, ja, also es ist halt eigentlich eine zweistufige Rakete, äh, erste Stufe soll drei, äh, Triebwerke haben, zweite Stufe ein Triebwerk, äh, ein kleineres Triebwerk, also haben unterschiedliche, äh, Triebwerke in den, in der ersten und der zweiten Stufe. Angetrieben wird das Ganze durch Propan und Sauerstoff. Ähm, Propan hat den großen Vorteil, äh, es steht einfach von allein unter Druck. Kennt man ja so, Propanflasche, ne, also, äh, funktioniert halt so, Propangasflasche, ähm, man füllt praktisch flüssiges Propan da rein. Äh, wenn das Ventil zu ist, hat das Propan von alleine einen gewissen Druck, also, äh, so heißen das, äh, Propan verdampft halt, äh, fängt an zu kochen und verdampft so lange, bis der Druck innerhalb der Flasche so groß ist, dass es nicht mehr kocht. Und dann kann man das, äh, Ventil aufmachen und es kommt Propangas raus und, äh, die Flüssigkeit drinnen, das flüssige Propan, äh, kocht halt weiter, äh, so lange, bis halt, äh, das Ventil wieder zugemacht wird und der Druck wieder hoch genug ist, das aufhört, äh, zu kochen. Ne, und das ist natürlich auch recht praktisch in einer, äh, in einer Rakete, weil dann braucht man die Tanks nicht mehr unter Druck zu setzen. Das ist so das, was man, das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal von der Rakete. Ähm, die Tanks sollen aus Kohlefaserverbundwerkstoffen gebaut werden, um das Ding möglichst leicht zu machen, weil es halt eine sehr kleine Rakete, wiegt, glaub ich, beim Start irgendwie so zwei, drei Tonnen oder, nee, etwas mehr, glaub ich, äh, irgendwas um die fünf Tonnen, glaub ich. und das ist das, was man dort haben will. Was man jetzt gestartet hat, ist eine Rakete aus Aluminium, die zwei sehr kleine Tanks hatte, die nur ein Triebwerk hatte, die keine, unter dem Triebwerk fehlte die Möglichkeit, das Triebwerk zu steuern, also, so heißen, äh, einfach nur starr eingebaut. Also, kurz und knapp das Ganze war, hatte absolut nichts mit der eigentlichen Rakete zu tun. Das war wirklich bloß so ein bisschen Feuerwerk für die Medien. Und deswegen, äh, habe ich darüber dann auch nichts geschrieben. Also, das, das Ding hat, ist ein paar Sekunden lang, äh, ist halt geflogen, ne, auf so eine geschätzte Höhe von ein paar hundert Metern. Und, äh, eigentlich wollte man das Ganze an Fallschirmen, äh, landen. Und, äh, ja, es gab dann einen Tweet, äh, in dem dann stand, äh, ja, Fallschirmen sind irgendwie, kurz danach kollabiert. Also, äh, haben sich nicht ordentlich entfaltet. Und, ja, das Ganze ist dann höchstwahrscheinlich recht, äh, unelegant zu Boden gestürzt. Und, äh, ja, der Tweet wurde dann kurz danach gelöscht. Das gehört übrigens auch zum Plan, dass die Rakete wiederverwendet werden kann. Ah, okay. Äh, man kann abwarten. Also, die sagen, nächstes Jahr wollen sie starten, die ersten Raketen, äh, also, die ersten orbitalen Missionen durchführen. Und die wollen halt auch unglaublich viele von den Raketen bauen, um den riesengroßen Markt der kleinen Satelliten irgendwie zu bedienen. und, ja, mal schauen. Bringt erst mal eine Rakete da hoch und dann sehen wir weiter. Ja, ja, mich hat er nämlich schon gewundert, warum du jetzt so, so sauer auf die Vector-Space-Rakete warst, weil ich hatte eigentlich erwartet, dass du dich gefreut hast, dass sie geflogen ist, aber jetzt verstehe ich das. Hab ich ja auch, bis ich kapiert hab, was die, was die da alles, was die da alles gewählt hat. Eine Mogelpackung. Ja, irgendwie so 200 Liter Tanks irgendwie drin, also, es war noch nicht mal, noch nicht mal die ganze Rakete bestand aus Tanks, sondern man hat da irgendwie zwei kleine Tanks reingebastelt. Äh, also, ja, es war ein bisschen sehr Mogelpackung geworden. Obwohl ich mich echt drauf gefreut hatte, das Ding zu sehen, weil ich, ich hatte halt, ich bin halt wirklich davon ausgegangen, dass das Ding jetzt, äh, ein Modell ist, dass, äh, vernünftig irgendwie die Aerodynamik, die Struktur und so weiter, halt irgendwie, wenigstens die Steuerung oder irgendwie was Relevantes halt, äh, äh, zeigt. Aber, ja, de facto hätte man alles, was man dort an Daten gewonnen hat, auch auf dem Teststand gewinnen können. Und von daher, ja, okay, vielleicht mal abgesehen vom Fallschirm, aber, äh, die Geschwindigkeit von der Rakete, die ist halt auch nicht mit dem vergleichbar, was man, äh, bei einem normalen Start hätte. Von daher ist das mit dem Fallschirm dann auch noch egal. Äh, ja, nee, wie gesagt, ähm, das war halt kompletter Publicity-Stunt, äh, von daher war ich da echt enttäuscht. Schade. Ja. Aber die, welche ... Abgesehen davon sieht natürlich immer toll aus. Und die hatten, die hatten eine Drohne gehabt, die, äh, von oben den Start, äh, gefilmt hat, so dass die Rakete praktisch nur knapp an der Drohne vorbeigeflogen ist. Äh, das sieht durchaus ganz gut aus. Ja. Ähm, aber die sind nicht die, die noch, ist es Rocket Labs, die was mit dem Google Luna X-Preis zu tun haben? Ja. Genau. Welches Team? Und die wollen ja dieses Jahr noch starten, und die, eigentlich haben die gesagt, ja, wir starten jetzt nur nicht vor Weihnachten, damit die Leute nochmal ... Ah, genau, das war das. Wir starten jetzt nur nicht, nur nicht, äh, kurz nach Weihnachten, damit die Leute nochmal ausschlafen können. Ah. Es ist Mai, die sind immer noch nicht gestartet. Wir müssen aber lange schlafen. Ja, Winterschlaf, komm. Ja. Okay. Gut. Obwohl, nee, stimmt nicht, die kommen ja aus Neuseeland. Der Winterschlaf kommt ja jetzt erst noch. Feiern die Weihnachten? Feiern die jetzt in Winterschlaf? Hm. Wir müssen schauen, dass wenn die, äh, und, aber Firefly Labs waren nicht aus Neuseeland, die pleite gegangen sind. Ich dachte, die kämen aus Neuseeland. Nee, das war USA. Das war USA. Ah, okay. Die haben irgendwie mit Virgin Galactic oder irgend so einen Rechtsstreit gehabt und da, äh, sind denen dann die Investoren abgesprungen oder so. Ja, irgendwie ist da ein Investor abgesprungen und dann irgendwie alle Mitarbeiter entlassen und dann wurde das doch ganz so, okay, hatten wir auch in der Sendung. Auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Ähm, kommen wir jetzt noch zu ein paar Lesetipps, die ich so, ich hatte, ich hatte mal mein, mein, mein Read it later Service mal so ein bisschen durchgeschüttelt und geschaut, was an interessanten Artikeln noch rausfallen und, das Größte war, dass, ähm, schon länger her die NASA ihre Pläne zu dem sogenannten Deep Space Gateway, äh, vorgestellt haben, ähm, was im Grunde das ist, womit die NASA dann mal in, in, ja, harte Fakten sind es noch nicht, aber mal genauer, äh, vorgestellt hat, wie sie überhaupt zum Mars kommen wollen und, äh, ja, was dabei rausgekommen ist, ist eine schicke PowerPoint-Präsentation, aber mehr auch nicht, ähm, äh, aber ich hab mal zwei Artikel, einmal vom, äh, Planetary, von der Planetary Society, äh, und dann einmal von Ars Technica, der von Planetary Society ist ein bisschen ausführlicher, dafür hat Ars Technica die PowerPoint-Präsentation noch drin, und, äh, ja, also es geht eigentlich darum, dass sie bis 2025 ein, äh, Deep Space Gateway im Cis-Lunaren Orbit aufbauen wollen, ähm, dass so eine Art, äh, ich glaub, Bill Gerstenmeier hat es, äh, als, als Saat für alles Mögliche bezeichnet, ähm, also einerseits Kommerzialisierung des Mondes, eine Mondkolonie, aber dann halt auch als Sprungbrett für die Deep Space Missionen zum Mars, und das soll bis 2025 aufgebaut werden, und dann ab 2027, sollen dann von diesem Deep Space Gateway ein, ähm, Deep Space Transportation System losfliegen, ähm, was darauf ausgelegt ist, vier, vier Besatzungsmitglieder auf tausend Tage zu versorgen, und das soll etwa drei Mars Missionen, äh, halten, dieses Raumschiff, und das ist dann so, glaube ich, bis 2033 dann die ersten Menschen zum Mars bringen sollen. Okay, das ist der Plan von der NASA mit dem SLS, ne? Wie bitte? Das ist der Plan von der NASA mit dem SLS, ne? Genau, also das sind alles, ähm, also Pläne, Plan im Sinne von, ähm, Vorschläge. Genau, Vorschläge. Szenarien. Ähm, genau, das ist auch, also, ähm, was daran interessant ist, und halt, ähm, dieses, äh, dieses Deep Space Gateway soll in drei Schritten aufgebaut werden, ähm, also mit drei Flügen wird einmal das, äh, Power-Modul, dann das Habitation-Modul, und dann zum Schluss das Logistics-Modul hingebracht, und, äh, genau, mit dem letzten Flug kommt dann die Airlock, und dann ist das fertig bis 2026. Und, ähm, ja, also es sind, äh, was man ja eher so gedacht hat, dass das jetzt alles irgendwie in kleinen, also mit so kleineren Raketen in kleineren Schritten aufgebaut wird, von dem geht man jetzt doch wieder weg und verfolgt den Ansatz groß und, äh, in einem Hauruck-Akt. Und, äh. Ja, irgendwie muss man ja die große Rakete rechtfertigen, ne? Genau. Genau, das ist auch nämlich das, äh, Interessante, äh, genau, dass das ja so ein bisschen dann mit SpaceX in Konkurrenz tritt. Aber man hat jetzt auch schon andere Ankündigungen gehabt, dass man auch auf kommerzielle Anbieter angewiesen ist, um dieses Deep Space Gateway, äh, nachzufüllen, sozusagen. Ähm, genau. Also das ist ja nur ein Lesetipp, äh, kann man sich selber durchlesen, sind sehr interessante Artikel, also egal, was man davon halten mag. Ähm, aber der Knackpunkt ist natürlich, wenn die NASA jetzt nicht aggressiv Geld dafür bekommt, und zwar richtig viel Geld, dann ist das auch nur, dann bleibt das auch nur eine PowerPoint-Präsentation. Und das ist halt das, wo es halt gerade hapert in der USA. Definitiv, ja. Ähm, ich hab wirklich das ernsthafte Gefühl, dass die Chinesen denen zu vorkommen werden, einfach weil die, äh, besser organisiert sind. Genau, das ist auch hier, ähm, wird überschrieben bei Arzttechniker, Sense of Urgency. Ähm, das ist halt alles, weil die Chinesen gerade den, den, äh, da richtig, äh, die, die, wie soll ich sagen, den Rang ablaufen. Ja. Gleichzeitig, äh, verweigern die natürlich auch den Zugang zur ISS. Was ich, äh, gerne immer noch mal wiederhole, weil, äh, es ist einfach eine riesengroße Schweinerei, dass die USA sagt, nö, das ist eine internationale Raumstation, aber die Chinesen kommen da nicht rein. Ja, vielleicht, vielleicht dürfen sie das Deep Space Gateway benutzen, wenn sie die fragen. Ja. Aber ich glaube, es wird eher, es wird eher so sein, dass die Amerikaner fragen müssen, ob sie die, das chinesische Äquivalent da benutzen dürfen. Ja. Naja, gut, okay, bei den Russen sind sie auch über ihren eigenen Schatten gesprungen, und von daher ist es nicht, nicht, nicht undenkbar. Ja, aber das war, also es war halt irgendwie gerade, als die Russen am Boden lagen, also. Hm. Naja, nee, da ja nun nicht mehr. Also ich meine, als das, äh. Aber man hat sich als Vertragung. Als der Space Shuttle eingestellt wurde, da war ja dann Putin schon lange. Ja, gut. Ja, also, äh, das Ende vom Space Shuttle kam ja mit Columbia letzten Endes, 2002. Und da war ja Putin auch schon, äh, an der Macht seit einiger Zeit. Ja. Seit zwei Jahren. Ja, ja. Also ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich sehe da keine... Zwei Jahre oder vier? Wann, wie war denn das? Der, der wurde irgendwann zum Premierminister? Äh, der wurde erst, äh, warte kurz, wann wurde der gewählt? Recherchieren wir das ganz kurz, das lieben die Hörer, wenn wir das recherchieren. Ähm. Ja, total, ne? Ähm, 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 99 wurde er Ministerpräsident und dann 2000, äh, Präsident. Okay. Und dann, genau, und dann war er von 2008 bis 2012 nochmal Ministerpräsident, weil man ja nur zwei Amtszeiten als Präsident, äh, in Russland dienen durfte. Ich glaube, das hat er dann auch abgeschafft irgendwann, glaube ich. Kann sein. Vielleicht nur zwei hintereinander und dann muss dann irgendwie eine Anstandsdame dazwischen oder so. Ja, genau, also das, das war ja so. Er war ja dann von 2008 bis 2012 nur, in Anführungsstrichen, Ministerpräsident und Medjedev war ja dann Präsident. Hm. Aber de facto regiert Putin seit 99 quasi durch, also wenn man das jetzt mal realistisch betrachtet. Ja. Weil Medjedev war ja mehr so der, äh, also eine tatsächliche Marionette von Putin. Jo, hat's ja öfters mal gegeben. Äh, apropos Marionette oder sonst irgendwas oder Politik allgemein, äh, es kommt gerade das, äh, Ergebnis der französischen Wahl raus. Ja, Breaking News. 65 Prozent für Macron. Ja, wurde ja so vorausgesagt, dass sie sich dann doch, wenn's zwischen Macron und Le Pen sich entscheiden müssen, dann doch lieber Macron wählen. Ja. Also, nicht mal knapp. Also doppelt so viel Stimmen für, für Macron als für, äh, Le Pen. Ja. Und, äh, jede Menge Enthaltungen mit Sicherheit. Ja, die Wahlbeteiligung war, war, glaub ich, ziemlich hoch diesmal. Ich glaub, 26 Prozent sind nicht zur Wahl gegangen. Okay. Also, äh, irgendwie flog gerade eine Statistik vorbei, genau hier. Also 2012 war Wahl, also ich würde irgendwie, also, 2012 waren es auf 19,7 Prozent und jetzt ist es auf 26 Prozent gesprungen. Ja, war jedenfalls auch, äh, ich mein, man, man hat gemerkt, auch bei der, äh, bei dem, was im Französisch-Goyana passiert ist, dass man dort durchaus, äh, demonstrativ gezeigt hat, dass man sich für die Bürger interessiert. Und, äh, ob das dann tatsächlich so durchgezogen wird, äh, wir wissen ja alle, wie das ist mit den Meeressäugern und den Versprechen, ne? Wahlversprechen. Kennst du die, kennst du die Ausgabe von, äh, Captain Blaubeer? Mit den Wahlversprechen? Nicht deine Generation, ne? Ich, ich, doch irgendwie schon, aber ich weiß nicht genau, was du willst. Äh, es gibt von Captain Blaubeer eine dieser Geschichten mit, äh, wo er irgendwie sagt, dass, äh, von, von irgendwelchen Wahlen die Versprechen, äh, nicht so ernst zu nehmen sind. Wenn man irgendwie einem Wahl ein Versprechen gibt, dann braucht man sich da nicht dran zu halten. Fand ich, äh, eine sehr gute, sehr gute Ausgabe von Captain Blaubeer. Aber ich hab schon das Gefühl, dass wir ein bisschen von der Raumfahrt abschweifen. Jaja. Ähm, hattest du noch was im Deep Space Gateway? Sonst lassen wir das einfach ein bisschen ruhen. Nee, nicht wirklich. Dann, ähm, noch ein ganz netter Meinungsartikel in der Neuen Züricher Zeitung, ähm, auch schon ein bisschen länger her. Die Mär von der teuren Raumfahrt. Ähm, also ich glaub, wenn man sich so ein bisschen länger mit Raumfahrt beschäftigt, dann, äh, weiß man das schon alles. Ähm, also geht auch hier um den, zum Beispiel um diesen Geographical Return, also der Beitrag an die ESA bleibt in der Schweiz und solche Sachen. Ähm, ja, aber es vielleicht so. NZZ, Neue Züricher? Ja, genau. Ähm, aber ich glaub, das ist vielleicht so ein guter Artikel, den man sich mal abspeichert und wenn es, keine Ahnung, jemand um die Ecke kommt einfach, warum macht man das, warum das doch alles zu teuer und warum füttert man nicht die Kinder in Afrika, äh, dann kann man den Artikel immer wieder hervorholen. Also dafür ist er ganz gut für so Leute, die so ein bisschen da außen vor sind. Ähm, und als letzte Leseempfehlung habe ich noch, äh, ein Artikel von The Avian Replacing the RD-180. Äh, äh, treue Hörer dieses Podcast wissen, worum es da geht. Wer es nicht weiß, äh, seit der Ukraine-Krise sind russische Triebwerke in der USA nicht mehr so gern gesehen und jetzt geht es ja darum, dass, ähm, entweder das, äh, BE-4 von Blue Origin oder das AR-A-R-1 von, ähm, Aerojet Rocketdyne, ähm, das RD-180 ersetzen sollen und, äh, B, das BE-4 liegt vorne, aber, ähm, so wie es aussieht, hat, äh, Aerojet Rocketdyne jetzt das, äh, Vitamin B wie Beziehung spielen lassen und, ähm, zwei Senatoren haben, ähm, wollen quasi über den, über den kleinen Dienstweg das BE-4 so ein bisschen madig machen und auch das Pentagon, was, was ja quasi Hauptauftraggeber solcher Missionen sein wird, so ein bisschen davon abbringen und, äh, genau. Ah ja, man hat eine Milliarde für das, man hat eine Milliarde für das J2S ausgegeben, dann kann man jetzt auch noch für das AR-A-R-1 irgendwie was reinbuttern. Ja, also, äh, also Aerojet Rocketdyne macht damit echt, also, äh, das ist halt so, so, mit, mit, äh, mit Triebwerken, die nie fliegen, macht Aerojet Rocketdyne echt weh Geld. Das ist wahrscheinlich ein guter Mark in den USA zu sein. Also, man muss sich natürlich klar sein, Raumfahrt ist in den USA auch immer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das SLS, das wurde auch nicht gebaut, weil das so eine tolle Rakete ist, sondern weil das viele Arbeitsplätze bringt und Space Shuttle genauso. Also, also, die ganzen Arbeitsplätze, die durch das Ende des Space Shuttles verloren gegangen sind, die wurden quasi durch das, sollten durch das SLS aufgefangen werden, das darf man nicht vergessen, es geht da immer ganz viel um Arbeitsplätze bei den USA. Ja, äh, aber dann kann man auch wieder, äh, die diversen Kritiker, äh, verstehen. Ja, na gut, da geht's halt irgendwie darum, ist das nur eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme oder wirklich ein sinnvoller Plan? Ja, äh. Und Arbeitsplätze ist auch ein gutes Argument für Raumfahrt. Ich meine, gut, auf jeden Fall, auf jeden Fall wird dadurch die, ähm, die technische Kompetenz, ähm, unterstützt. Ich meine, es, es bringt auf jeden Fall was, äh, wenn Leute damit beschäftigt sind, ein Triebwerk zu entwickeln und das zum Laufen zu bekommen. Das bringt auf jeden Fall Erfahrung und, äh, ist wichtig, einfach. Ähm, ist natürlich die Frage, also angewendet wird's wahrscheinlich nicht, das ist irgendwie absehbar, das, äh, eins ist einfach nicht so gut wie das BE4. Ähm. Aber man kann es trotzdem mal wissen. Ist absehbar. Ich sag mal, es ist absehbar, das heißt aber nicht, dass es irgendwie hundert Prozent sicher ist, ne, also, ähm, wir erinnern uns an die Wahl von, von Trump, ne, so ungefähr. Ja, es ist, es ist absehbar, es ist absehbar, dass er nicht gewählt wird, gewählt wird. Willst du etwa behaupten, dass Erich und Rocketdyne der Donald Trump oder den Raketenfirmen ist? Äh, nicht auszuschließen, sag ich mal, ne. Okay, ja. Gut, äh, mit dieser steilen These kommen wir zur Raketenvorhersage. Ja. Ähm, da haben wir mal wieder nicht so viel, wie gesagt, saure Gurkenzeit. und, ähm, der nächste Start, der uns ins Haus steht, ist am 15. Mai, ähm, eine Falcon-9-Rakete und, äh, man muss sagen, äh, zur Zeit, also, äh, dreimal auf, auf, äh, Holz, beziehungsweise auf Kohlefaser geklopft. Ähm, bisher halten sie sich mit ihrer Launch, äh, äh, Cadence, mit ihrer Startfrequenz. Ja, aber das müssen sie jetzt halt halten, ne. Genau, also, nächste Chance ist zu verkacken, ist der 15. Mai, äh, Falcon-9, immer, ne, in Marsat 5F4, das ist ein Kommunikationssatellit, äh, einer London-, einer britischen Firma, einer London-Firma, wollte ich gerade sagen, einer britischen Firma, ähm, genau, Startzeitpunkt. Was angekündigt, ja, was, ja, okay, sorry, ähm, Startzeitpunkt ist, äh, oh Gott, GMT ist gerade plus zwei, oder? Ja. Also dann 16. Mai um 1.20 Uhr bis, äh, 2.10 Uhr ist das Startfenster. Das ist demzufolge ein Dienstag, also, wer den Montag, äh, wer den Montag dann irgendwie so schlecht überstanden hat, oh Gott, okay. Genau, und dann am 18. Mai eine, äh, Sayus, ja, eine Sayus-Rakete ohne Nummer mit dem SES-15, äh, aus Französisch-Guriana, genau. Jo, die haben viel nachzuholen, ne. Ja, jetzt ist ja Auffohlphase, ähm, äh, 11.12 Uhr, 13.54 Uhr ist Startfenster, ist instantan, also darf man nicht verpassen. Ja, und mehr ist nicht. Genau. Genau, dann wurde noch angekündigt. Mehr ist nicht. Sei denn, die Chinesen starten noch irgendwas zwischen. Genau, das kann man natürlich nicht vorher wissen, genau, generell, verlasst euch, wenn ihr das jetzt hier irgendwie, äh, also generell lieber nochmal nachschauen, weil es kann sich ja irgendwie mündlich ändern. Ja, äh, was für Juni, Mitte Juni angekündigt wurde, ist Bulgaria Sat.1 mit einer Falcon-9-Rakete, was dann der zweite Flug mit einer gebrauchten ersten Stufe sein wird. Genau, und der erste Satellit aus Bulgarien. Jo. So, das wollte ich noch unterbringen. Genau, das ist gut. Weil, es ist aktuell, wir machen aktuelles Aus-der-Raum-Fahrt und, äh, gehört sich so. Ja, äh, man wird dann sehen, wie es weitergeht, äh, im Juni, ach so, äh, GSL-V Mark III wurde wieder mal verschoben, ist jetzt nicht mehr im Mai, sondern im Juni. War auch schon, glaube ich, vorher Juni. Echt? Ja, also, als ich das letzte Mal nachgeschaut habe, war es auch schon Juni. Ah, okay, gut. Ja, es, äh, also, wenn man sich hier die, die Historie anguckt, äh, äh, Space Flight Now zeigt ja immer auch, äh, delayed from, ne, und dann Dezember, Jan, 18. Januar, 20. Januar, März, April, Mai. Ja, aber die, die, die Verschiebung, äh, war am 14. April schon angekündigt. Ja. Dass es sich auf Juni verschiebt. Ja, okay, dann habe ich das, äh, jetzt nicht mehr im Kopf gehabt, ja. Jo, ähm, ja, irgendwie in der Vorbereitung von dem letzten, indischen Start hat man dann ein Bild von der MK3 gezeigt, obwohl die MK2 starten sollte. Und, äh, zur MK2, äh, hätte es noch einiges zu erzählen gegeben. Und das, ähm, mache ich dann mal nächstes Mal. Okay, also, bedanken wir uns fürs Zuhören. Äh, wenn ihr findet, dass das unterstützenswert ist, dann könnt ihr das auf Patreon tun, ähm, ab einem Dollar. Und, äh, kann ich sagen, auch jeder Dollar zählt. Also, müsst ihr euch da jetzt nicht irgendwie denken, nur weil es so ein Dollar ist, bringt das nichts. Wir freuen uns über, über jede Spende. Ach, wir haben uns auch noch über PayPal was reinbekommen. Hatte ich ganz vergessen, mich zu bedanken. Also, jemand hat uns auch auf PayPal, glaube ich, 10 Euro mal überwiesen. Sehr nett. Ähm, ich glaube, der A, der Klaas war es, genau. Genau, der Klaas. Also, falls du zuhörst. Das hat sie auch auf Twitter, auf Twitter hat sie dich bedankt. Genau, nochmal, aber, äh, falls ihr nur zuhört und nicht Twitter liest. Genau. Genau. Und, ähm, wer irgendwie sagt, äh, wir, wir könnten auch irgendwann mal einfach, äh, vorlesen, wie unsere Patreons alle sind. Ich weiß nicht, ob die das wollen. Ja, gut, könnten wir mal vielleicht ausprobieren, ich weiß nicht. Also, machen ja manche Podcasts, dass sie das dann immer alle nennen. Aber, ist halt die Frage, ob man lieber genannt oder nicht genannt werden möchte. Also, ich würde dann auch nur Vornamen vorlesen. Also, so Werder oder Alias, den man dann wählt. Ja, aber ich, ich finde das, ich finde das halt im Prinzip doch eine nette Geste. Ja, genau. Das Ganze irgendwie am Ende, am Ende einmal, äh, vorzulesen, wer das ist. Genau. Äh, aber ist halt die Frage, ähm, wollen die das überhaupt? Ja, also, wenn jetzt niemand, wenn jetzt niemand, äh, schreit, dann machen wir das ab nächster Folge. Sonst, äh, ja, was gibt's noch zu sagen? Bleibt uns gewogen. Mmh, und, bis, äh, genau, schreibt die Kommentare, wenn ihr Kommentare habt, auf Twitter, Facebook. Äh, genau, ich hab jetzt auch auf Facebook angefangen, so ein bisschen mal das wieder stärker zu bespielen. Ähm, vielleicht, vielleicht findet sich da noch der ein oder andere Like. Vielleicht habt ihr da noch einen übrig. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr, äh, über bestimmte Themen irgendwas wissen wollt, äh, und, äh, ich, oder du, wenn wir beide irgendwie nicht zu dem Schluss kommen, dass wir davon keine Ahnung haben oder so, äh, dann, äh, greifen wir das mit Sicherheit auch gerne mal auf. Ja, sonst, wenn wir das rechtzeitig planen, vielleicht findet man auch noch einen Interviewgast. Ähm, also, ich hab jetzt auch schon, äh, wieder, äh, ein Interview geplant, wollen wir euch nicht so viel verraten, aber es wird demnächst wieder Interviews geben mit interessanten Leuten. Jo. Genau, also dann, äh, immer schön, äh, immer schön, äh, immer schön den Himmel im Blick behalten, vielleicht seht ihr eine Rakete. Ich weiß nicht, ich hab immer noch keinen Abschlusssatz. Tschau.